Hallo und willkommen zum Kassenzone-Podcast. Diesmal wieder der Mansli Heinemann. Wir kümmern uns um die Herausforderungen in Deutschland und versuchen gemeinsam eine Deutschland-Vision zu entwickeln. Das machen wir natürlich mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Wir schauen erstmal, wie geht es uns eigentlich? Was sind die Daten? Wie stehen wir im Vergleich zu anderen Ländern? Was sind die grundlegenden Probleme? Wie kann man diese möglicherweise lösen? Warum haben wir sie nicht gelöst? Und wie könnten dann diese Lösungsszenarien aussehen? Eine richtige Vision haben wir noch nicht formuliert, aber es hat mir schon mal super geholfen, die Probleme deutlich besser zu verstehen. Und es ist einmal klar geworden im Gespräch mit Florian, dass es nicht immer darum geht, jetzt eine neue Partei zu gründen, sondern man muss einfach die Instrumente, die da sind, die Gremien, die da sind, besser nutzen und durchdringen. Und das liegt ja am Ende an uns. Und deshalb ist vorgeschaltet zu dieser Folge noch ein Kurzinterview mit Finn Bartels, einem der berühmtesten Fußballer aus Kiel. Der betreibt jetzt nach seiner aktiven Fußballkarriere verschiedene Aktivitäten. Und eines davon ist ein Fußballcamp für Kinder, die sonst benachteiligt sind und sich so ein Fußballcamp bei Holstein nicht leisten können. Dafür haben wir im letzten Jahr bei der OMR Kassenzone Party gesammelt und wollen das auch in diesem Jahr machen. Also wenn ihr euch da seht während der OMR auf der Kassenzone Party, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder schaut mal auf kassenzone.de slash party. Darum geht es aber in diesem Vorgespräch nicht, sondern darum, wie kann man eigentlich helfen? Wie kann man das Land irgendwie ein bisschen besser machen? Und was heißt es denn eigentlich? Fußballer mit Verantwortungsgefühl und Verantwortungsbewusstsein, verantwortungsbewusstsein. So, jetzt habe ich es aber zu sein. Und ich glaube, so einer ist der Finn. Und deswegen sitze ich hier auch im Holstein-Kiel-Poli für diejenigen, die mich auf YouTube gerade sehen. Und er hat ein paar spannende Sachen zu erzählen, wen das nicht interessiert und ihr direkt zur Folge mit Florian springen wollt. Das beginnt ungefähr bei Minute 20. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Das sehe ich erst nach dem Schnitt. Das nehme ich hier voll im Schnitt auf. Aber da findet ihr die Florian-Folge. Wenn ihr die Aktivitäten von Finn unterstützen wollt, dann schicke ich da noch ein paar Links in die Shownotes. Das sind die Förderlücken in Kiel. Das unterstütze ich auch im nächsten Jahr. Also alle Einnahmen aus Vorträgen oder sonstigen Engagements rund um den Podcast spende ich an die Aktivitäten von Finn. Mal schauen, wie groß das Fußballcamp dann werden kann. In diesem Jahr sind schon, ich glaube, mindestens 16 Kinder dabei. Aber es ist gar nicht so einfach, die überhaupt zu finden und zu identifizieren. Darüber reden wir auch. Also wir fangen mit einer positiven Nachricht an rund um Finn Bartels und meandern uns dann dank der Hilfe von Julian, unserem Supporter hier von Manzen wie Heinemann, ein bisschen vor in die Deutschland-Vision und schauen mal, wo es hakt. Ich bin mit deutlich optimistischer Sicht aus dem Podcast gegangen. Im Vergleich zu meiner Sicht, die ich noch vor zwei, drei Wochen hatte, habe mir nochmal gezeigt, dass die Inhalte, die wir über unsere Medien oder die ich in den Medien konsumiere, in der Regel in Online-Medien, sind halt sehr pessimistisch. Müssten sie gar nicht sein. Vielleicht ist auch was dabei, was euch inspiriert. Fängt im Kleinen an. Also direkt mal die Trillerpfeife einpacken und zum nächsten Sportverein gehen und schauen, wie ihr da helfen könnt. Viel Spaß beim Podcast. Hallo Finn, vielen Dank für die Gastfreundschaft heute Morgen hier in Molfsee. Wir wollen so ein bisschen über deine Aktivitäten nach der Fußballkarriere sprechen. Aber für alle Hörer, die noch nie den Namen Finn Bartels gehört haben, also die drei, die das jetzt hören, sag aber ganz kurz, wer du bist und was du machst. Ja, hallo Esma. Schön, dass du da bist und dass wir hier sprechen können. Ja, ich glaube, es sind ein paar mehr als drei, die den Namen vielleicht nicht kennen. Also ich bin Finn Bartels, habe fast 18 Jahre Profifußball gespielt in Kiel, Rostock, St. Pauli, Werder, Bremen und dann am Schluss wieder bei Holstein Kiel. Habe letzten Sommer meine Karriere beendet und widme mich jetzt anderen Dingen. Ja, du bist ja auch unfassbar beliebt in den Zweitliga-Voran, die ich natürlich verfolge, wenn ich Holstein Kiel spiele. Wenn du da noch gespielt hast bei Kiel bis zur letzten Saison, warst du sowohl im St. Pauli-Forum als auch im Rostock-Forum und vor allem im Bremer-Forum. Immer noch ein extrem beliebter Spieler. Bleibst jetzt aber Kiel treu nach deiner Karriere. Du ziehst jetzt nicht weiter erst mal. Nein, mich hat es hier zurückgezogen. Meine Frau kommt hierher, ich bin hier aufgewachsen geboren. Von daher war eigentlich zu jeder Zeit klar, dass es mich irgendwann wieder zurückziehen wird. Trotzdem habe ich mich überall sehr, sehr wohl gefühlt und hatte schöne Stationen zwischendurch. Und ich habe mich, mein Sohn, das hier mit auch auf der Hinfahrt nochmal unterhalten. Und was die ja immer total spannend finden ist, so was verdienen denn Fußballer, Zweite Liga, Dritte Liga, Vierteliga? Eine Frage, die aber so hängen bleibt und wo man es, glaube ich, so ein bisschen akkredieren kann ist, ist man jetzt als durchschnittlicher Zweitliga-Fußballer, weil man jetzt die letzten zehn Jahre gespielt hat, hat man dann in der Regel ausgesorgt, muss jetzt gar nicht auf dich beziehen? Oder muss man dann ab Mitte 30, hören dann wahrscheinlich so die meisten aus, muss man dann eigentlich noch einen normalen Job irgendwann machen? Also ich glaube schon, dass dann der Großteil nochmal wieder arbeiten soll, muss, aber auch möchte. Natürlich die ganz gehobenen Profis Erste Liga, ich glaube, wenn du das vernünftig anstellst und nicht alles verprasst, dann kannst du damit ganz gut bis an dein Lebensende leben. Ob man das dann will, ist eine andere Frage, man braucht ja seine Aufgaben. Aber gerade Zweite und Dritte Liga heißt es schon, das Geld dann entweder clever zu investieren oder nachher sich nochmal was zu suchen, um dann weiterzuarbeiten. Ich verlinke nochmal in den Show Notes eine Doku von ESPN, die ist, glaube ich, schon zehn Jahre alt. Ich glaube, die betrachtet Profispieler in den USA oder sogar nur NFL-Spieler. Und davon sind, glaube ich, 80, 90 Prozent vier Jahre nach dem Ende ihres Sports pleite. Also es gibt da schon eine scharfe Schere. Aber da wollen wir heute gar nicht auf einen gehen. Es geht gar nicht um das Geschäftsmodell Fußball, sondern es geht so ein bisschen darum, was du heute machst. Weil wir sitzen hier zusammen, weil wir im letzten Jahr bei der Kassenzone-Party im Rahmen der OMR gesammelt haben für ein gemeinnütziges Projekt, was du mit initiiert hast. Du betreibst einen Verein, die Fördelütten, und hast da jetzt eine Fußballcamp-Aktivität aufgebaut, die dafür sorgen soll, dass es Kinder, die es sonst nicht leisten können, auch mit teilnehmen können am Fußball. Und du bist jetzt hier die Vorband, wir sind ja die Vorband hier gerade für die Folge, die nachher noch kommt, mit Flo Heinemann, wo wir so ein bisschen gucken, was läuft gut, was läuft schlecht. Und ich glaube, das ist etwas, was gut läuft. Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was das genau ist und was ihr da macht? Ja, die Fördelütten haben wir vor Oktober 2021, also vor knapp über zwei Jahren, ins Leben gerufen. Wir wollten einfach was zurückgeben. Uns ging es gut. Wir haben eine behütete Kindheit gehabt, haben viele Dinge uns erlauben können, oder unsere Eltern haben uns das erlaubt. Und genauso können wir es jetzt unseren Kindern weitergeben. Und das ist halt nicht bei jedem der Fall. Und da versuchen wir einfach, in Kiel und Umgebung ein bisschen für die Familien, für die Kinder da zu sein, wo halt Bedürftigkeit besteht. Wir haben uns erstmal grob oder extra besonders grob, erstmal weit aufgefächert, damit wir erstmal fühlen können, wo sind dann Bedürftigkeiten. Sei es jetzt einzelne Schicksalsschläge oder konkrete Hilfen, die man leisten kann. Aber, und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu diesem Inklusionscamp, wo wir vielleicht auch nachhaltig über Jahre hinweg was erschaffen können, wo wir dann Kindern, die sonst nicht die Möglichkeit haben, so dabei zu sein und halt auch inklusiv Sport zu treiben, dann da was auf die Beine zu stellen. Und das ist jetzt der Ziel. Und da sind wir dankbar, wenn wir dann Unterstützer wie euch haben, die das einfach auch ermöglichen, dass wir da jetzt Fahrt aufnehmen können. Und wie muss man sich das vorstellen? Ich habe jetzt einen Flyer gesehen, da hat Micha, dein Kollege, mit rumgeschickt. Das ist jetzt ein richtiges Fußballcamp da in den Anlagen von Holstein und Kiel, bei dem ja Leute, die den Zugang nicht haben, mal mitspielen können, irgendwie einen Tag, zwei Tage. Oder wie muss man sich das vorstellen? Es ist jetzt so angedacht, also die Fußballcamps laufen ja in den Osterferien, Sommerferien und ich glaube Herbstferien sogar auch noch. Wir haben jetzt heute mit Holstein da gemeinsam eine super Lösung gefunden, in meinen Augen, haben jeweils in den Osterferien eine Woche und in den Sommerferien eine Woche, wo wir praktisch jeweils eine Gruppe, es sind dann jeweils fünf Gruppen mit 16 Spielern, die dann von Trainern betreut werden, wo dann eine Gruppe inklusiv aus Förderzentren jetzt in Kiel und Umgebung dazustoßen. Können, die Bewerbungen laufen gerade, dann losen wir nachher aus, welche 16 werden es denn und dann schon etwas für sich dann auch den Sport treiben, aber gerade zusammen dann auch in den Pausen und sonst die Berührung einfach haben, dass da einfach eine gemeinsame schöne Sportwoche, Fußballwoche entsteht und da hoffen wir auf schön viel Anklang. In dem Podcast, der ja sozusagen gleich folgt, da geht es ja so ein bisschen um die aktuell depressive Stimmung in Deutschland. Alles ist irgendwie nicht so toll und die Leute fühlen sich nicht so wohl und Rezession und Co. Und da ist ja die eine These, die ich in den letzten Wochen immer wieder gehört habe und man immer wieder auch gestützt wird mit Daten, ist, dass es sehr, sehr wenig so Bindeglieder in der Gesellschaft gibt. Und ein Freund von mir ist auch, schönen Gruß an Christian hier, auch aktiv so ein bisschen im Fußballumfeld. Und er sagt, naja, Fußball ist so eine letzten echten Bindeglieder, so Fußballvereine, wo wirklich jeder, egal welcher Nationalität, welcher finanzieller Lage mitspielen kann sozusagen. Und das führt dann wieder auch dazu, dass dann in den Klassen, wo dann diese Spieler sind, dann auch mehr Bindung entsteht. Ist das noch so? Also ist es wirklich so, dass wirklich jeder, der will, irgendwie teilnehmen kann an Fußball? Du angefangen hast vor, du warst 18 Jahre Profi, dann hast du angefangen wahrscheinlich vor 30 Jahren. Ist das wirklich so, dass die Barrieren noch niedrig genug sind, dass jeder einfach hier zum nächsten Verein gehen kann und mitspielt? Das ist zumindest die Hoffnung. Ich glaube schon, dass Sport allgemein, aber insbesondere Fußball natürlich verbindet, weil so viele einfach den Fußball einfach spannend finden, interessant finden. Und das einfach eine Ebene ist, wo man zusammenkommt, wo dann egal ist, hast du eine Mark 50 in der Tasche oder lebst du in einem behüteten Elternhaus, hast du vielleicht hier und da Probleme, da es erstmal spielt für die Zeit auf dem Fußballplatz diese ganzen unterschiedlichen Themen keine Rolle. Und das ist einfach dieses schöne, kurz mal vergessen, zusammenkommen und gemeinschaftlich was zu treiben, Sport zu treiben. Trotzdem ist es natürlich so, dass es dann nicht jedem die Möglichkeit oder nicht jedem die Möglichkeit gegeben wird. Und da versuchen wir dann halt anzusetzen. Wie kriegen wir denn die Kinder zu fassen, die sich vielleicht nicht trauen, weil sie Einschränkungen haben, wo die Eltern vielleicht das nicht leisten können oder auch nicht wollen, wie auch immer. Das ist jetzt so ein bisschen unser Ansinn, um das dann jedem zu ermöglichen, weil der erste Schritt muss dann nun mal meistens dann von zu Hause aus geschehen. Und sobald der getan ist, glaube ich, kann man dann loslegen und wirklich dran arbeiten, die Integration voranzutreiben. Oli Kahn hat da irgendwann in einem Interview gesagt, ich glaube sogar im Podcast bei OMR, ich weiß es nicht mehr genau, dass der große Wettbewerb zur Bundesliga eigentlich Netflix ist. Also Bundesliga ist ein Entertainment-Produkt und die Leute überlegen sich ja, wo kriegen sie jetzt den nächsten Endorphinen-Kick her, wo werden sie gut unterhalten? Das kann dann Netflix sein oder Amazon Prime oder Disney+. Das geht natürlich aber eigentlich auch an der Basis. Also die Leute haben natürlich auch, die Kinder haben irgendwie alle ein iPhone oder vielleicht eine Switch zu Hause und dann ist quasi der nächste Endorphinen-Kick ja nur irgendwie zwei Meter entfernt, wenn sie ja, wenn sie zum Fußballplatz laufen müssen, wenn es ein bisschen nieselt. Und wir leben jetzt ja nun mal in Norddeutschland, also kurz vor Skandinavien. Die nieselt es ja quasi jetzt eigentlich sechs Monate lang. Das erhöht die Barrieren eigentlich. Ich weiß nicht, wie nah du an der Basis bist, aber fällt es Fußballverein noch einfach, die Leute da sonntags aus dem Bett zu klingeln? Oder gibt es das auch so? Das würde ich schon sagen, schwieriger geworden. Also in erster Linie auch schwieriger geworden, überhaupt Trainer zu finden, die dann auch sonntags aufstehen und das machen, obwohl ihr Kind vielleicht nicht dabei ist. Muss man, um im Jugendbereich Trainer zu sein, irgendeine Ausbildung durchlaufen oder kann das eigentlich jeder machen? Nein, erstmal kann das, glaube ich, jeder. Da geht es auch nur darum, die sollen ja nicht die taktischen Anweisungen lernen oder da geht es erstmal darum, jemanden da zu haben, der es ermöglicht, der die Halle aufschließt, der den Sportplatz aufschließt und ein paar Hütchen hinstellt, dass die Kinder rauskommen und Sport treiben. Das ist, glaube ich, in den ersten Jahren das Wichtigste. Aber dann mangelt es schon. Ja, würde ich sagen. Ist zum Beispiel schwer. Jetzt als Beispiel, das ist zwar Handball, aber bei meiner Mittlerin hört der Trainer jetzt im Sommer auf und jetzt sind alle ganz wild. Wer macht das denn? Oh, nee, ich nicht, der nicht. Jetzt muss man auch überlegen. Wer kann es machen? Am besten ist natürlich, weil die jetzt auch schon ein bisschen älter ist, einer, der vielleicht doch schon mal einen Handball in der Hand gehabt hat und da muss man jetzt schauen, wer es macht. Und am besten nicht alleine, weil es ist ja trotzdem zeitaufwendig und so weiter. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig. Da kann man froh sein, wenn man immer jemanden hat und dann muss das nicht der größte Trainer der Welt sein, sondern erstmal einer, der die Kinder an die Hand nimmt und mit dem gemeinsam draußen Sport treibt. Aber um nochmal den Kreis dann zu schließen, um, es ist dieser Weg, einfach dieses, oh, drinnen hast du so viele Möglichkeiten, du hast dein Handy in der Hand, du kannst auch unten daddeln, muss ich jetzt raus bei dem Wetter. Also ich selber, muss ich sagen, habe da einen Riesenfehler in meinen Augen gemacht. Ich habe mir unten im Keller so einen kleinen Hobbyraum. Das war einfach nur ein großer Raum, wo nichts drin war. Aber ich habe mir da jetzt, ja, ein bisschen Daddelgeräte, eine kleine Bar und so eingerechnet. Ja, aber da bin ich jetzt kaum. Und vorher, am Anfang, als ich noch nicht da war, sind die immer runter und haben gekickt. Und dann, jetzt ist der Raum nicht mehr zur Verfügung. Gehen wir raus, oben auf dem Sportplatz. Nee, können wir nicht hier drin was machen? Und so fängt es ja halt an. Da habe ich so ein bisschen die Chance, die sie hier drin dann hätten, auch wenn es drin wäre. Aber dann hätten die, glaube ich, hier andauernd nur getont. Da wären Freunde hier drin im Keller gewesen. Also du sagst, wenn ich das übersetzen würde, sagst du dich jetzt nicht am fehlenden Geld oder fehlenden Infrastruktur, Hallen, Plätzen, Fußballer, sondern Leute, die sich engagieren, um, egal ob es jetzt Fußball ist oder Handball oder Volleyball, da auch tatsächlich in der Vereinsstruktur ein bisschen mitzuhelfen? Ja, auf jeden Fall. Da fehlt es, glaube ich, auf jeden Fall den ehrenamtlichen Leuten, die sich dann da engagieren wollen. Aber trotzdem fängt es ja zu Hause an. Also ich brauchte früher keinen Sportplatz. Ich bin auf dem Teer, nur Stein. Da haben wir sechs Stunden am Stück gekickt und dann bin ich wieder rein. Also man braucht ja keine großen Flächen, um Spaß zu haben, um Sport zu treiben. Das ist dann nachher für mich auch wieder so ein bisschen von zu Hause. Was kriege ich da mit? Oh, bei dem Wetter willst du jetzt raus und dann bist du matschig und dann muss ich das wieder waschen. Und heute wollen wir zum Training gehen. Das ist ja echt gutes Wetter. Wollen wir nicht lieber an den Strand? Also ich glaube, das ist dann ein bisschen ein Zwiespalt zwischen dem Zuhause. Was kriegst du mit? Das brennt sich dann nach und nach ein und dann wird man selber so ein bisschen träger und so. Und einfach dem Eigenantrieb, was macht mein Freund? Wollen wir nicht rauskicken oder wollen wir daddeln? Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Gerade in der heutigen Zeit kann man sich auch nicht gegen wehren. Gut, dann kann sich ja jeder, der das hört, schon mal so ein, und der sagt, was kann ich eigentlich tun im Lage, ich will was besser mal mitnehmen. Sozusagen ruf mal im nächsten Sportverein und frag mal, wo du irgendwie helfen kannst. Trainingsleitung sozusagen für Kinder, da fängt es, glaube ich, an so in der Gesellschaft. Und dann wollen wir ja, wenn das Fußballcamp diesen Sommer gut funktioniert, wollen wir dann wieder bei der nächsten Kassenzone OMR-Party, findet am 6. und 5. statt, ja wieder sammeln. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Camp 2025 macht? Also die Idee ist auf jeden Fall da, dass, wie gesagt, nachhaltig zu verfolgen. Natürlich müssen wir erst mal abwarten, wie ist der Anklang jetzt, wie läuft das Camp? Das wird mit Sicherheit erstmal nicht alles perfekt, aber darauf lässt sich dann wieder aufbauen und deswegen ist das Ziel auf jeden Fall da nachhaltig, was entstehen zu lassen, was dann wirklich, ja. Okay, dann verlinke ich mal zum Camp, ich habe nur die PDF gefunden, da müssen wir gleich darüber reden, wo ich irgendwo hin verlinken kann. Ich kann ja die PDF nicht so hochladen in den Podcast-Feed, aber sonst verlinke ich erstmal auf die Förderlücken. Bedanke ich mich erstmal für das Engagement, was ihr da habt, dann versucht mir noch ein bisschen zu sammeln. für das nächste Jahr. Gibt es noch irgendwas, was die Leute machen können über Geld hinaus und jetzt in ihrem Verein trainieren, um euch zu supporten? Ja, natürlich immer gerne spenden, aber auch so natürlich immer ein bisschen streuen. Vielleicht hat aber auch jeder irgendwo einen eigenen Fall, wo er sagt, oh, denen geht es nicht so gut, die könnten das vielleicht auch gebrauchen oder hier mal Hilfe links und rechts. Also wir sind da voll offen und sind für jede Unterstützung dankbar, aber wollen halt auch, wenn da Probleme sind, wissen davon. Und die Frage habe ich fast vergessen. Ist es denn überhaupt einfach, Bedürftige zu finden und zu identifizieren? Eben nicht. Nicht einfach? Ne, ist nicht so einfach. Am Anfang war es dann schon, man hatte seine Projekte und wir wachsen auch nach und nach und da ist dieses Netzwerk gerade wichtig zu anderen Vereinen, Vereinen für Kindserwicklung, Trauernde Kinder, Schleswig-Holstein und so weiter und so fort. Da gibt es mittlerweile ganz viele Vereine, die einfach den besseren Zugang zu den bedürftigen Kindern haben. Aber was auch so ein bisschen schwerfällt, den Zugang zu bedürftigen, finanziell benachteiligten Kindern zu kriegen, die man einfach so nicht greift. Die haben jetzt keine Einschränkungen, die leben nicht alleine, ohne Eltern oder so. Und denen ist es vielleicht auch ein bisschen unangenehm, überhaupt zu euch. Unangenehm oder vielleicht wollen die Eltern, kümmern sich nicht darum, dass er Sport treibt oder so und dann gibt es natürlich auch immer den Datenschutz. Du kannst nicht zu einem Schulleiter hingehen, hier, wem geht es denn nicht so gut? Da kann er ja nichts sagen, sondern es muss ja dann wieder den anderen Weg rumgehen und deswegen ist es nicht so einfach. Also da, wie gesagt, wenn man weiß, da versuchen wir es auch, aber es ist halt Ehrenamt, das ein bisschen breiter aufzustellen und vielleicht nochmal gezielter auf Schulen zuzugehen, um darüber, aber das wird dann alles ein bisschen zeitaufwendiger und das ist jetzt auch zu lange für heute. Das stimmt, das stimmt. Aber auf jeden Fall freuen wir uns über die Unterstützung und sind erstmal froh, dass wir so ein Camp auf die Beine stellen können, gemeinsam mit Holstein und mit eurer Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr das macht und dann hoffen wir, dass wir viel Geld sammeln für 2025. Das wäre großartig. Dankeschön. Danke. Das war es mit Finn. Jetzt geht es weiter mit dem Florian. Hallo Flo, willkommen zum Manzli Heinemann. Heute Thema Deutschland-Vision. Ich hoffe, den Hörern hat der kleine Ausschnitt mit Finn Bartels gefallen oder sie haben geskippt und sind jetzt direkt auf Minute 20 ungefähr gesprungen und können mit der Deutschland-Vision anfangen. Wir haben das ja relativ stringent angekündigt und abgeleitet eigentlich aus der Folge, die wir schon mal aufgenommen haben mit dem Thomas Heilmann. Was kann man eigentlich verändern, was kann man tun, damit das Land vorankommt und diese gefühlte Depression, alles irgendwie doof, ja, nicht mehr da ist. Und da haben wir den Julian, der uns beim Podcast hilft, beauftragt, ganz viele Daten zu sammeln. Ich habe in den letzten Monaten auch viele Datenartikel gesammelt und da wollen wir heute drüber reden. Ich fange mal mit der ersten Frage an dich an. Wenn du jetzt so auf Deutschland schaust und mit Kollegen, Freunden, Bekannten aus den Nachbarländern oder aus dem fairen Ausland so sprichst, hast du da eine pessimistische Sicht und sagst, hier geht eigentlich vieles nicht so, wie es sein sollte oder eher eine optimistische? Ja, sagen wir so, ich bin ja, wenn man Early-Stage Venture-Capitalist ist, muss man eine grundsätzlich optimistische Sicht auf die Welt haben, sonst kann man, glaube ich, diesen Job nicht gut bewerkstelligen, aber ich, also ich bin, glaube ich, eher ein Optimist, aber man muss sagen, wenn man jetzt mit externen Investoren auch insbesondere spricht und Menschen, die Geld global über verschiedene Asset-Klassen verteilen, die haben schon eher eine negative Sicht auf Deutschland und auf Europa, das ist schon so. Wo schicken die das Geld dann hin, wenn nicht nach Europa, wo schicken die ihr Geld hin? Weiter in den USA und sicherlich auch ein Stück weit Asien, also da ist klar, der China-Fokus ist da ein Stück weit natürlich wegen der aktuellen Unsicherheit nicht mehr ganz ausgeprägt, aber wenn man jetzt mal sagen, Indien als sozusagen zum Großraum Asien gehörend, ist sicherlich relativ weit vorne, Südostasien, aber auch, gut, jetzt gerade natürlich durch die aktuelle Krise ein bisschen eingetrübt, aber der arabische Raum gewinnt sicherlich auch enorm, ist auch sehr strategisch natürlich in dem, wie sie versuchen, zukünftige Potenziale zu erarbeiten und zu erschließen und Europa ist da schon so ein bisschen außen vor, was eine attraktive Region ist, aber erstaunlicherweise eben weiterhin USA sehr stark im Fokus. Okay, ich suche immer nach Positivbeispielen und an diesem Wochenende habe ich ein positives Beispiel im Kleinen gefunden. Berlin wird ja immer vorgeworfen, dass das so ein bisschen ein Fade-State ist, die Verwaltung funktioniert nicht, alles irgendwie langsam, die Anmeldung zu irgendwelchen Trauungen dauert Monate und da bin ich am Donnerstagabend bin ich mit dem Roller durch Berlin gefahren, nicht betrunken natürlich und dann wurde ich irgendwann angehalten von der Polizei, von der Zivilstreife und die hat gesagt, Stopp, anhalten, eigentlich wollten wir sie einfach mal so kontrollieren, aber jetzt sind sie durch die Einbahnstraße gefahren in die falsche Richtung, das kostet sie jetzt Geld und da habe ich dann gesagt, okay, aber vor mir ist ja auch ein Fahrrad gefahren, weil die Einbahnstraße hat ja so ein Schild gehabt für Fahrräder frei, das müsste ja auch für kleine Roller gelten, also diese Bolt, Boy, Dinger und das war also mein Verständnis, weil vor mir ist ja auch ein Elektrofahrrad von Tier gefahren und da meinten sie, nein, auf gar keinen Fall ist das so, das ist 100% klar, die Rechtslage, das wissen die meisten und ich, okay, okay, okay und dann haben sie mir 50 Euro abgeknöpft mit der EC-Karte, waren aber ganz nett dabei und dann bin ich am nächsten Morgen, Freitagmorgen, also am letzten Freitag dann aufgewacht habe ich mir gedacht, das google ich nochmal nach und dann habe ich in meiner kurzen Recherche herausgefunden, stimmt gar nicht, natürlich sind Kleinstroller erlaubt bei diesem Schild, habe dann die, warte, warte, habe ich die Beschwerdestelle sozusagen der Polizei Berlin gefunden, habe dann meinen Fall geschildert, man kriegt ja auch so eine Quittung mit, wenn man da irgendwas mit der EC-Karte zahlt und habe dann geschrieben, ja, ich sehe das irgendwie anders, so und so ist die Sachlage, ich hätte gerne das Geld zurück. Drei Stunden später hat sich jemand von der Beschwerdestelle gemeldet und nochmal ein, zwei Daten erfragt und meinte, er gibt das jetzt weiter an die Polizeidirektion, also Stunden später, nicht Monate später, Stunden später hat er sich gemeldet und das war am Freitag und heute um elf ruft dann diese Verkehrsdirektion an und sagt, ja, sie haben mit den betreffenden Kollegen gesprochen, die wollen sich nochmal in aller Form entschuldigen für den Aufwand und sie werden jetzt, haben das auch zum Anlass genommen, hausintern nochmal die anderen Mitarbeitenden zu sensibilisieren und ich sollte auch bitte meine Kontodaten schicken, damit das zurücküberwiesen werden kann. Innerhalb von quasi weniger als einem Werktag quasi wurde das gelöst in Berlin. Fand ich schon, fand ich beeindruckend. Also ich habe mich auch in der Tonalität der E-Mail auch fair verhalten, habe da jetzt quasi nicht proaktiv Weiterbildungsmaßnahmen angeboten, und dann habe das, aber muss ich sagen, also das funktioniert auf jeden Fall in Berlin erstaunlich, erstaunlich gut, hat mir ein positives Bild. Ja, das ist auch schön. Wenn das jetzt mit schweren Verstößen auf dem Roller anhergegangen wäre, dann natürlich nicht, aber so war es ja, haben alle was gelernt und jetzt gibt es eine Weiterbildungsmappe in der Verkehrsdirektion der Polizei, Polizei in Berlin. Genau, also das erstmal ganz positiv, so ganz fehlsteht ist also Berlin auch nicht und außerdem jetzt durch den Klima war das ganz sexy, als ich nämlich am Donnerstag Nacht rumgefahren bin, dann waren quasi der Tortraße, Chassiestraße, die ganzen Außensitzplätze an den Lokalen und wir reden vom 16. Februar alle voll und nicht mit Heizpilz, sondern die Leute saßen da teilweise mit Weste und haben ihren Bein getrunken, es wirkte wie Frühling, also war ganz, war ganz gut. Hat mich mit einem positiven Gefühl sozusagen aus der Stadt paaren lassen. So, jetzt gehen wir mal in das Dokument von Julian rein und überlegen uns mal sozusagen, wo hakt es denn eigentlich in Deutschland und wie sieht die Lage denn ganz konkret, ganz konkret aus? Also geht es uns wirklich schlecht oder geht es uns ganz gut? Ich kann ja mal meinen ersten Eindruck teilen und vielleicht magst du da mal ein, zwei Eindrücke von dir teilen. Im letzten Newsletter, den der Pipp Glöckner geschrieben hat von den Doppelgängern letzte Woche, da hat er so ein Video geteilt von dem Rainer Strack, ein Berater, der hat in einem TED-Talk darüber geredet, wie sich eigentlich die Arbeitskräfte entwickeln, weil wir jetzt in der demografischen Entwicklung in den meisten entwickelten Ländern so aufgestellt sind, dass jetzt die, dass ein großer Teil der Workforce in den nächsten Jahren aus dem Arbeitsmarkt verschwindet. Was das ganz interessante bei einem Video ist, das ist von 2014, das ist zehn Jahre alt, da hat er prognostiziert, dass 2024, also in zehn Jahren aus seiner Sicht, schon minus fünf Prozent in Deutschland der Jobs besetzt werden können, also von 20 Jobs kann einer nicht besetzt werden und bis 2035 können von zehn Jobs schon drei nicht mehr besetzt werden, weil uns die Leute dafür fehlen. Also da reden wir gar nicht von Fachkräften, da reden wir einfach von arbeitender Bevölkerung und dieser demografische Wandel, der sorgt natürlich für einen massiven, für einen massiven wirtschaftlichen Einbruch, weil wir gar nicht mehr die Leute haben, die das Bruttosozialprodukt erwirtschaften können und da sind mir so ein paar Lichter aufgegangen in diesem Video, dass wir aber offensichtlich das Thema Migration ja komplett verschlafen und wir jetzt ja schon hinter der Welle sind. Also wir erleben jetzt gar nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern wir erleben im Grunde genommen ja einen Mangel arbeitsfähiger Bevölkerung. Ich will gar nicht sagen, ob gar nicht genug arbeitswillig sind, also sicherlich kann man noch ein bisschen was rausholen, aber auch wenn jetzt alle ihre Teilzeitmodelle auflösen und den ganzen Tag zur Arbeit gehen, laufen wir trotzdem in eine massive Unterdeckung rein. Das geht ja nicht nur Deutschland so, das geht ja auch anderen. So und das bedeutet für mich eigentlich, nicht, dass man sozusagen da so ein bisschen einen Uphill-Bettel hat. Also wir schwimmen da gegen den Strom und dem können wir gar nicht entkommen, wenn wir jetzt nicht ganz, ganz aggressiv eine Migrationspolitik machen, die da den Gegentrend setzt. Und da sind wir ja meilenweit von entfernt. Das war für mich so in den letzten beiden Wochen, als ich darüber nachgedacht habe und jetzt auch mit den ganzen Daten von Julian so ein Effekt, wo ja krass, da können wir machen, was wir wollen, da können wir noch weitere Industrien fördern. Wenn jetzt hier jeder vierte Arbeitende innerhalb der nächsten zehn Jahren aus dem Arbeitsmarkt verschwindet, dann fehlt uns natürlich auch das Einkommen dieser Arbeitenden, der Konsum und damit der ganze Effekt um die Volkswirtschaft am Laufen zu halten. Das war für mich so ein Grundpfeiler in der Denke. Hast du in den Daten von Julian irgendwas anderes gefunden oder andere Aha-Effekte gehabt? Nee, aber ich glaube, das ist schon erschreckend, wenn man das so sieht, auch die Prognosen going forward, dass wir eben vor 20, 30 Jahren noch irgendwie 13 Prozent der Bevölkerung waren sozusagen nicht mehr arbeitsfähigen oder Rentenalter und dass sich das halt bis im Prinzip 2030, 2040, also 2040 dann, dass sich dieser Anteil dann fast verdoppelt, also Richtung 25 Prozent. Das ist schon irre und da ist schon mit einberechnet, dass wir ja das Rentenalter schon auf 67 erhöht haben. Also das darf man ja nicht vergessen, also das ist ja auch schon ein Effekt. Genau, also das hört man ja immer so, aber wenn man das nochmal quasi so dargestellt bekommt, ist das schon irre und dass sozusagen auch der Anteil der jüngeren Bevölkerung, dass der eben so um die 1970er Jahre mal bei einem Drittel war, also quasi der unter 20 Jahre alten und dass das eben kontinuierlich absinkt auf deutlich unter 20 Prozent und das ist natürlich auch nicht optimal, wenn du sozusagen einfach am unteren Ende der Pyramide dann eben weniger nachwachsen hast und das zeigt eigentlich zwei Dinge, Migration und das zeigt aber auch nochmal die Bedeutung von sozusagen vernünftigen Kinderbetreuungslösungen, weil das natürlich auch ein Weg ist, um sozusagen aus der theoretisch arbeitsfähigen Bevölkerung, egal ob das jetzt Mann oder Frau betrifft, dass du so oder so einfach sehr gute Betreuungslösungen brauchst, um im Prinzip das Maximum aus der arbeitsfähigen Bevölkerung rauszuholen und aber natürlich auch das Thema, was ja jetzt eigentlich auch angegangen werden sollte, da hatten wir ja auch mit Thomas Heilmann drüber gesprochen, eben das ganze Thema Einwanderung, dass das eigentlich ein zweigeteiltes Phänomen ist, dass du einerseits sozusagen die qualifizierte Einwanderung hast, was ja jetzt gerade sozusagen gestärkt werden soll, da sieht man aber, kann man glaube ich noch nicht sagen, inwieweit das jetzt eigentlich wirklich funktioniert hat, also man hat ja das Einwanderungsrecht sehr stark reformiert, um halt qualifiziertere Leute anzuwerben, inwieweit das jetzt funktionieren wird, werden wir sehen, aber dass du sozusagen eigentlich diese zweite Einung hast zwischen einer Flüchtlingsgetriebenen Migration und eben einer Einwanderung von Qualifizierten und dass man eben beide Bereiche sehr klar trennen muss, weil das eben sehr unterschiedliche Dynamiken hat, dass wir beides in einem gewissen Maße brauchen, aber dass natürlich insbesondere die qualifizierte Einwanderung ein sehr strategisches Element ist und da läuft natürlich alles das, was wir jetzt gerade mit AfD erleben, das zieht natürlich nicht qualifizierte Ausländer unbedingt an, wenn man im Economist und woanders liest, dass in Deutschland im Prinzip die AfD irgendwie bei 20% plus ist, das ist natürlich genau der gegenläufige Effekt, den man eigentlich hat. Aber angenommen, wir würden das schaffen, angenommen, wir würden viel, viel progressivere Einwanderungspolitik machen und das auch als globalen Wettbewerb verstehen und sagen von den gerade 100 Millionen, 200 Millionen Flüchtenden sozusagen möchte Deutschland gerne die allerbesten haben und wir reden ja quasi von Millionen, die wir brauchen, wir reden ja nicht von 100, 200.000, wir reden ja von Millionen, die wir brauchen über Langzeitraum hinweg, plus noch ein bisschen bessere Kita, Schulbetreuung, die dann dafür sorgt, dass ja die Menschen, die arbeiten wollen und auch arbeiten können, dann auch arbeiten, weil sie eine entsprechende Kinderbetreuung haben und dann vielleicht auch noch sozusagen mehr gebären, ja die Geburtenrate entsprechend zeigt, das dämpft ja diesen ganzen Effekt ab, also diese große Welle kriegen wir damit nur ein bisschen abgeflacht, aber wir kriegen sie gar nicht gelöst, das kriegt man nur mit Migration gelöst, dann laufen wir in ein Problem rein, was ja momentan ja auch von der AfD ausgenutzt wird und zwar in den Wohnraummangel, dazu hat uns ja ein Podcast-Gast, Gast, der Nico, einen Artikel geschickt aus der FAZ, da war der neue Leiter des Kieler Weltwirtschaftsinstituts drin, das ist der Moritz Tullarik, ich hoffe, ich habe den richtigen Artikel ausgesucht und das war ganz spannend, verlinke ich auch nochmal den Artikel in dem, das war in der FAZ, was er gesagt hat, er hat gesagt, die Jobs der Zukunft die Wertschöpfung bringen, die wird es vor allem in Städten geben, egal ob Remote Work oder nicht, Städte werden aber zunehmend teurer, das heißt für junge Menschen, für Migranten, für Menschen mit niedrigem Einkommen, zum Beispiel Menschen aus allen Serviceberufen in München, ist eigentlich nicht mehr möglich, nah an der Arbeit zu wohnen, sorgt das dafür, dass es eine extrem starke soziale Spannung gibt und er sagt, das ist wahrscheinlich auch die größte Quelle von sozialen Spannungen einer Gesellschaft und er kann sich überhaupt nicht erklären, warum der Staat da nicht gegensteuert, weil damit laufen wir in so einem Pulverfass, das ist ja das, was wir vielleicht im Freundeskreis mal gehört haben, eine Wohnung in Berlin unrenoviert, in einer guten Lage, unter 4000 Euro pro Quadratmeter gar nicht mitzubekommen, meistens 7000, 8000 Euro, wäre noch oft gekauft von Menschen mit viel Bargeld, weil man offensichtlich in Europa noch gut Geld parken kann, so der eine oder andere kriegt das noch gelöst, aber die meisten kriegen das nicht mehr gelöst, es ist nicht mehr möglich, dass in der Lebenszeit sich eine Immobilie in Deutschland zu erwerben in der Nähe einer Großstadt, also rund um Hamburg und Berlin, rund um Frankfurt, mit den gängigen Gehältern und da haben wir ja dann ein Verwaltungs- und Regulatorikproblem, wir haben ja ausreichend viele Menschen, die Häuser bauen können oder Wohnungen bauen können, es gibt auch ausreichend viele Rohstoffe, aber die Incentive-Strukturen sind gerade so ausgelegt, dass kaum noch gebaut wird. Hast du da irgendwie ein Lösungsszenario, könnte man das einfach zerschlagen, diese ganzen teuren Bauvorschriften oder müsste man mehr Menschen dazu zwingen, Bauland abzugeben zu einem fairen Preis, damit ja hunderttausende Sozialwohnungen im Grunde genommen pro Jahr gebaut werden können, damit überhaupt migrationswillige Menschen dahin ziehen können, aber auch die ganzen anderen junge Menschen, Menschen, die vielleicht in nicht so hohen, sozusagen niedrigeren Einkommensklassen leben, die wollen ja auch nicht eine Stunde nach Berlin rein pendeln, sondern maximal eine halbe Stunde oder nach Hamburg oder nach München, aber das Problem verschärft sich ja jetzt da gerade, es löst sich überhaupt nicht, oder? Ja, und ich glaube, was du schon sagst über die Bauvorschriften, das ist ja sehr gut gemeint, man will natürlich klimaschützender bauen beziehungsweise weniger klimabelastender, aber das bedingt natürlich, dass die Baukosten, also wenn du gerade sagst, 4000 Euro den Quadratmeter, also dafür wärst du nach meinem Verständnis aktuell nicht in der Lage zu bauen, wenn du nicht sehr effizient das in irgendeiner Weise, also irgendwo auf einem Land, wo man vielleicht maximal 100 Euro pro Quadratmeter Bauland kaufen kann, da vielleicht mit einem durchschnittlich hohen Standard. Ja, aber selbst dort nach meinem Verständnis ist sozusagen die reinen Baukosten unabhängig vom Grundstück, ist es sehr, sehr schwer unter Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften zu so einem Preis überhaupt zu bauen und das ist natürlich gut gemeint, weil man natürlich sagt, okay, wir wollen natürlich mit möglichst wenig Emissionen und möglichst wenig Energieverbrauch bauen, aber da muss man sich natürlich überlegen, was können wir uns auch kurzfristig leisten, wenn wir dieses Problem angehen wollen, weil wenn natürlich auch sozialer Wohnungsbau 5.000 Euro pro Quadratmeter allein in der Erstellung kostet, dann wird sich das noch machen lassen, wenn natürlich der Staat letztendlich in der Lage ist oder gewählt ist, das dann eben entsprechend zu unterstützen und das ist Aber bei 5.000 Euro pro Quadratmeter, da reicht ja irgendwie ein zinsfreies Darlehen nicht mehr aus und das ist ja eigentlich das Werkzeug des Staates irgendwelches Zins Ja, oder eben die Bauvorschriften so zu reduzieren, dass es dann eben doch geht und eben auch massiv sozusagen in Technologien zu investieren, die Bauen günstiger machen und trotzdem eben weitgehend diese Vorschriften einzuhalten, aber da brauchst du natürlich ein sehr strategisches, konzeptionelles Vorgehen, wie man das überhaupt sozusagen gewährleisten kann also und das eben auch im Wohnungsbau aber das wird ohne letztendlich Eingriffe entweder was Reduktion der Vorschriften angeht und schnellere Genehmigungsverfahren oder eben eine massive Förderung lässt sich das vermutlich nicht lösen und was natürlich auch hilft, das darf man auch nicht vergessen, ist natürlich der Ausbau des Personennahverkehrs also wenn wir jetzt rund um Berlin im Speckgürtel was ich jetzt zum Beispiel meine Stadt bei in der Nähe ist eine Stadt wie Neuruppin oder Rheinsberg oder die alle eine Stunde von Berlin weg sind wenn du die natürlich deutlich besser anbindest und regelmäßiger anbindest dann ist das natürlich auch für Leute akzeptabler eben dort zu leben und trotzdem eben nach Berlin rein zu pendeln und das ist sicherlich das Nächste dass es eben gelingen muss die sozusagen Städte im Umland die auch eine gute Lebensqualität bieten so engmaschig anzubinden dass man eben in der Lage ist dort zu leben und trotzdem bei geregelten Arbeit eben im Ballungsraum nachzugehen und eine gewisse Flexibilisierung ist natürlich schon eingetreten also man ist vielleicht dann doch eben nicht mehr also selbst klar die Städte werden schon weiterhin der attraktive die attraktiven Arbeitsplätze bieten aber es gibt sicherlich schon eine gewisse Flexibilisierung auch in der Breite dass man eben doch vielleicht nicht 100% der Zeit anwesend sein muss bei den Jobs sondern das was sich ja gerade so ein bisschen rauskristallisiert dass die Leute eben drei Tage ins Büro kommen und die anderen Tage dann vielleicht doch von zu Hause arbeiten können das erleichtert dann natürlich auch nochmal sowas progressiver Vorschlag kannst du jetzt bewerten ob das funktionieren wird oder nicht wir haben ja in China das Einbrechen der Bauwirtschaft zu beobachten gerade die haben ja extrem viel gebaut und da haben wir jetzt ja wie heißt nochmal dieser Baukonzern Evergrande oder war das das Schiff wie heißt nochmal dieser Baukonzern der Gratplatte gegangen ist naja aber da da gibt es ja quasi eine riesige Industrie die neue Sachen gebaut hat die aber eigentlich gerade zu mehr liegen kommt weil das kann gar nicht bezogen werden oder es wird irgendwie nicht fertig sozusagen und die Urbanisierung läuft momentan ein bisschen flacher wäre es da nicht ein smarter Move in Deutschland zu sagen okay wir müssen uns ja ohnehin sozusagen dieser globalen Herausforderung stellen wir können jetzt ja quasi nicht mehr darauf hoffen dass wir wir kommen dann noch zu den Daten gleich auch in nächsten 10-20 Jahren eine Exportnation bleiben wir müssen ja stärker auf Migration setzen könnten wir nicht mit dem chinesischen Staat ein Deal machen und sagen okay pass auf wir geben euch in allen hier sind in 20 großen Städten ich glaube hier wäre noch Top 20 gibt es jeweils ein Baugebiet das könnt ihr bebauen nach okay Standards das muss halt irgendwie schon halten auch funktionieren gut isoliert sein schafft jetzt bitte Wohnraum in den nächsten 5 Jahren für zweieinhalb Millionen oder schafft zweieinhalb Millionen Wohnungen und ihr bringt die Leute da rein die das bauen ihr sorgt für die Finanzierung ihr könnt von den Mieteinnahmen leben damit hätte man ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen man sorgt für Migration man sorgt quasi auch für ein Hub man wird quasi für den chinesischen Staat noch viel viel attraktiver weil man dann wahrscheinlich hunderttausende chinesische Arbeiter einfliegen muss und auch kann und dort gibt es ja die entsprechenden Ressourcen um das dann auch zu bauen was hältst denn von dieser Idee ich hatte nämlich so einen Artikel noch aus dem Manager Magazin auf der ist von Weihnachten Chinas Abstieg ins Pulver krass folgende Immobilienkrise aber diese Krise könnte ja unser Nutzen sein die können das die können extrem schnell und zügig bauen wir wissen dass wir einen Mangel haben von hunderttausenden Wohnungen die wir mit unseren Werkzeugen und Strategien gar nicht gelöst bekommen dann vergeben wir das auch nach China nach meinem Verständnis ist aber unser Problem weniger dass wir sozusagen bei uns würde gebaut werden wenn eben Genehmigungen schneller liefen und die Standards geringer wären dann wären wir auch in der Lage das selbst zu tun und die Strategie oder das was du gerade vorschlägst ist das so ein bisschen das was afrikanische Staaten machen oder andere Staaten die selbst nicht über die Finanzierung verfügen die lassen sich dann eben von China irgendwelche Infrastruktur bauen und im Gegenzug darf China dann irgendwelche Rohstoffe abbauen und so weiter das erinnert ja schon so ein bisschen eher an solche Staaten und ich glaube auf das Niveau weiß nicht ob wir es da geben sollten also ich glaube da verstehe ich Einwand nehme ich gerne an aber es ist ja so dass diese vielen kleinen Richtlinien Grundlagen sind ja teilweise EU-Richtlinien was irgendwie jetzt Dämmung und erneuerbare Energien das kann man wahrscheinlich zum Teil auch umsetzen aber du hast jetzt ja gesehen oder wir sehen ja wie der Staat funktioniert idealerweise vergibt man immer alles in Blöcken ja sozusagen Klein-Kleinpolitik ist immer schwierig sozusagen dass 20 Städte 2 Millionen Wohnungsprogramm das klingt irgendwie gut das kann man gut verkaufen und dann kann man das auch durch die entsprechenden Gremien durchdrehen ich meine der Benko hat das auch nicht anders gemacht also das scheint ja da ganz genauso zu funktionieren Hauptsache schön groß und man kann das mit einer Senatsentscheidung auch machen hat man das Thema irgendwie durch also ich finde das jetzt nicht so abwegig wie du das jetzt hier hinstellst ich finde ich finde nicht dass Deutschland ein afrikanischer Staat wird der jetzt hier ein bisschen Eisenbaum bauen lässt die wir uns auch bräuchten fällt mir dabei ein das finde ich ich denke noch Alex gerade in einer in einer Welt wo wir uns ja eher dahin bewegen sozusagen dass du dich entscheiden musst bist du in der in der westlichen US Anglo sozusagen sächsischen Welt oder bist du in der sozusagen chinesischen Welt Welt beheimatet auch sozusagen was das die politische Philosophie dahinter angeht diese Welt bewegen oder auf diese Welt bewegen uns ja zu und ich weiß nicht ob das eine sehr populäre Maßnahme wäre oder eine sehr schlaue Maßnahme wäre an der Stelle dann sozusagen sowas zu sowas zu versuchen also ich glaube wir können uns da schon selbst grundsätzlich schon selbst helfen man sieht es ja auch an also die Sinnhaftigkeit dessen mittelfristig kann ich ehrlicherweise nicht so beurteilen aber wir haben ja gesehen bei irgendwelchen LNG Terminals und so weiter also wenn es sein muss dann ist ja auch Deutschland in der Lage schnell Genehmigungsverfahren durchzusetzen und dann auch für recht schnelle Bauaktivität zu sorgen also ich glaube eher dass man dann eben sozusagen als als Deutschland schauen muss wie schafft man es wenn man wenn man eben wirklich diesen diesen Bedarf erkennt und ich glaube da ist ja relativ offensichtlich dass wir schneller und günstiger bauen müssen dass er sozusagen hier als als nationale oder von mir als europäische Aufgabe für sich erkennt das Problem betrifft ja nicht nur Deutschland es betrifft ja auch Frankreich es betrifft diverse andere sozusagen europäische Länder dass man dass man eher sagt okay wie schaffen wir das hier intern und und wenn wenn Arbeitskräfte fehlen versucht man das eben auch innereuropäisch irgendwie zu zu lösen also das hört sich für mich also das ist glaube ich schon etwas LNG Terminals die du jetzt ansprichst machen wir jetzt natürlich zunehmend von den sozusagen USA abhängig dass sozusagen denen gehören teilweise Schiffe da kommt das Gas wir haben uns ja schon abhängig gemacht quasi bei den Rüstungsinvestitionen die meisten das meiste Geld sozusagen der Rüstungsausgaben fließt ja an amerikanische Firmen das fließt ja gar nicht in europäische Firmen und also es ist natürlich jetzt ein bisschen Richtung Geopolitik sozusagen die einseitige Abhängigkeitsmachung kann ja nach vorne in einer deutschen Vision ja durchaus nachteilig sein wir kommen ja gleich nochmal dazu wenn wir Migrationsland oder ein Migrationsland werden möchten sondern quasi das Dubai Europas ja da wo die Leute irgendwie gerne hinkommen und gerne arbeiten und auch sozusagen vor allem Chancen sehen da würde es natürlich Sinn machen sich dann eher in die asiatische Welt vielleicht nicht nach China gebe ich dir recht vielleicht nicht nach China zu orientieren aber das große Bevölkerungswachstum das findet jetzt in Indien statt das findet in das findet in Thailand statt das findet in Vietnam statt also dort gibt es diese sozusagen dieses GDP Wachstum das Wirtschaftswachstum natürlich auch stark getrieben durch die durch das Bevölkerungswachstum ist auch Ägypten Nigeria sind diese Staaten die dazu die dazu gehören und also bei aller Liebe sozusagen zu den USA wollen wir jetzt hier nach vorne gucken wie sozusagen wie wird das wieder ein beweglicher Staat weil das ist mir mit den Zahlen aufgefallen die Julian da auch geteilt hat also wir sind es geht es geht nicht um den kranken Mann Europas der sozusagen der kranke Mann der sozusagen es geht um den Mann der einfach nur ein bisschen rumsitzt und nicht nichts tut oder nicht nicht genug tut für die Zukunft aber die Grundlagen sind alle da also es abgesehen von dem demografischen Problem was man durch sehr aktive Migration lösen muss sind alle Grundlagen da um hier in welcher Ausprägung auch immer AI Wirtschaft Energiewirtschaft Rüstungswirtschaft nach nach vorne zu gehen vielleicht können wir ja mal etwas umdrehen aus Unternehmenssicht wir haben jetzt gerade gesagt dass der Fachkräftemangel die Unternehmen enorm belastet das wird aber überall so sein wo diese Demografie jetzt gerade an dem Wendepunkt ist also dann müssten Unternehmen könnten sich dann auch gar nicht in die USA orientieren auch nicht nach Mexiko oder wir haben quasi genau das gleiche Problem vielleicht um fünf Jahre verzögert aber grundsätzlich laufen das gleiche Problem dann müssen diese Unternehmen jetzt sagen okay dann gehen wir nach Indien zum Beispiel oder nach Indonesien weil dort haben wir ausreichend junge Leute die müssten wir vielleicht noch ein bisschen ausbilden aber dann geht es nach vorne das zweite viel größere Problem was die Unternehmen dann aber sagen ist dass die bürokratischen Hürden und auch so eine geballte Investitionspolitik aus Europa heraus dass sie eigentlich nicht erkennbar ist und dass da jetzt die USA als nicht föderal organisiertes Land sozusagen oder deutlich zentralistischer organisiertes Land da jetzt einfach Vorteile haben mit dem Inflation Reduction Act und irgendwelchen anderen Acts du bist ja da so ein bisschen betroffen du sitzt ja da in Berlin ja auch ein bisschen mittendrin wie schaust du denn daraus also glaubst du dass der Staat beziehungsweise die Union da viel mehr machen kann also mit solchen Investitionen und diese Investitionen bedeuten ja eigentlich nur Kreditvergaben also sozusagen der Staat gibt ein paar Zuschüsse und vergibt Kredite aber der verschenkt ja kein Geld sondern er sozusagen er druckt Geld sozusagen was er in den Unternehmen leidt ja und es gibt ja schon auch eine sehr massive Förderung also es ist ja schon auch so dass es wird nicht nur Geld verliehen sondern es wird ja auch massiv massiv gefördert also auch das ist auch mein Verständnis das Inflation Reduction Act ja nicht nur besteht aus Kreditvergabe sondern eben schon auch aus massiver Förderung und 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 das eben in einer sehr strategischen Art und Weise wo dann eben auch gewisse Industrien wie jetzt eben sehr stark erneuerbare Energien und so weiter und auch energieintensive Unternehmen sehr stark gefördert werden in der Ansiedlung und Anreize bekommen eben zu investieren und dem haben wir aktuell nicht so wahnsinnig viel entgegenzuwirken entgegenzusetzen auf europäischer Ebene und das ist natürlich wahnsinnig schade muss man sagen weil natürlich die EU schon sehr stark durch den Gedanke getrieben ist wer kann welches nationale Land kann da eben oder welche Nation kann wie viel aus diesem EU-Töpfen rausziehen das ist natürlich eher der Gedanke dort als jetzt zu überlegen wie kann man Europa an sich nach vorne bringen aber eigentlich müsste man im Prinzip das was der Inflation Reduction Act ist auf US-Ebene das müsste eigentlich auf europäischer Ebene passieren wo es dann eben Schwerpunkte gibt für gewisse Industrien und die werden dann eben europaweit gefördert mit wirklich einem europäischen Blick um zu sagen an welcher Stelle macht welche Art von Industrie oder welche Art von Unternehmen Sinn um da eben gewisse Schwerpunkte zu setzen und das würde aber eben wirklich eine europäische Sichtweise voraussetzen und nicht nur eine deutsche polnische französische und so weiter insofern ist das natürlich ein bisschen problematischer aber genau das wäre eigentlich wäre eigentlich erforderlich genau das genau das zu tun und das ist glaube ich schwer zu erkennen dass das jetzt wirklich passiert und zumal das eben auch ideologiefrei passieren müsste man müsste ja wirklich eben ganz nüchtern drauf schauen und sagen nicht nur was was hätte ich jetzt gerne aus Klimaschutzgründen und so weiter sondern auch was ist was ist realistisch wollen wir stärken als Europa oder in verschiedenen europäischen Regionen und das eben im Rahmen von so einer Politik dann eben entsprechend entsprechend anzureizen was außer AI wäre das denn aus deiner Sicht was könnte man dort deutlich stärker forcieren ich glaube im Bereich erneuerbare Energien tun wir zumindest in Deutschland glaube ich schon gerade eine ganze Menge kommen wir gleich nochmal dazu zum Thema Energiepreise aber was wäre das wo man sagt hey wenn wir jetzt hier deutlich mehr investieren können wir davon stark profitieren in den nächsten 10-20 Jahren so muss man sich das ja anschauen also man muss jetzt mal zwei, drei Jahre kostet das richtig aber wir wollen ja dann diese Früchte auch ernten in den nächsten 10-20 Jahren ja also ich glaube verschiedene Bereiche das ist klar erneuerbare Energien ist ein No-Brainer man könnte sicherlich auch im ganzen Bereich E-Mobilität einen starken Schwerpunkt setzen weil das da haben wir das müssen wir sowieso tun weil sozusagen insbesondere aus deutscher Sicht muss ja quasi im ganzen Bereich E-Mobilität eigentlich eine Spitzenposition in irgendeiner Weise erreicht werden weil ansonsten hat natürlich auch die ganze Autoindustrie von der wir sehr sehr stark auch abhängen ein massives Problem und insofern muss das muss eigentlich der Bereich E-Mobilität ein europäischer Schwerpunkt sein was sicherlich auch ein großer Bereich ist wo wir sehr viel mehr tun müssen ist der Bereich Digitalisierung von Produktion und Industrie also Industrieproduktion weil natürlich hier in Europa zum Glück muss man ja sagen die letzten Jahrzehnte noch relativ viel Produktion vorhanden ist in Frankreich Italien Osteuropa Deutschland ist ja hat da immer noch einen sehr starken Industrie Schwerpunkt und das leidet natürlich zum einen unter dem ganzen Thema Energiepreise das heißt also da brauchen wir auf jeden Fall bis eben erneuerbare Energien so zuverlässig und umfangreich liefern eine Lösung und wenn wir diese Industrie erhalten wollen was vermutlich sehr sehr viel Sinn macht eine Lösung um das eben entsprechend zu überbrücken und wir brauchen vor allen Dingen dann eben auch eine Vorreiterrolle im Bereich Digitalisierung von Produktion das spielt AI eine Rolle sozusagen einfach die Nutzung von AI um Produktionsprozesse und Abläufe effizienter zu machen das ist natürlich ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil aber ich glaube das wäre ein relativ natürlicher sozusagen Investitionsschwerpunkt und ein vierter Bereich wäre sicherlich der ganze Bereich quasi Forschung und Bildung und das Thema sehr sehr stark nach vorne zu stellen als Investitionsschwerpunkt weil das muss man schon sagen für die USA ist der Bereich Spitzenuniversitäten oder sind die Spitzenuniversitäten oder auch für England mit Sicherheit eine der attraktivsten Standortfaktoren warum auch so viele hochqualifizierte erstmalig in die Länder kommen und da auch bleiben das heißt also wir haben hier in Deutschland diese Exzellenz Uni Initiativen und das ist auch alles nett und das hat auch sicherlich schon zu einer Reihe von Verbesserungen geführt aber das ist natürlich international nicht in dem Maße visibel also wenn man sich anschaut in irgendwelchen globalen Uni Rankings da sind die USA ganz klar Spitzenreiter da spielt England eine gewisse Rolle aber da sind wir als europäische Volkswirtschaft oder als europäische Gesellschaft deutlich unterrepräsentiert im Vergleich zu dem was wir da eigentlich haben könnten und da das ist eigentlich ein No-Brainer dort massiv zu investieren auch aufgrund der verschiedenen positiven Nebeneffekte die das hätte ich bin ja hier der sozusagen der Mann unbequemen Argumente und wenn ich mir jetzt so überlege wie die Mindestbeteiligung an den NATO Spendings die Diskussion dazu aussah in den letzten Wochen und da habe ich mir mal angeschaut wo gehen die eigentlich hin diese ganzen Spendings im Wesentlichen in die USA frage ich mich natürlich okay wenn wir sagen uns unabhängiger machen wollen von Streitkräften außerhalb von Europa und auch von den USA vielleicht ein Stückchen unabhängiger werden müssen weil es dort natürlich durch die sehr sehr populistische Politik gerade Trends gibt die zur Aufschwaltung der NATO führen könnten dann wäre es doch total sinnvoll massiv die europäische Rüstungsindustrie wieder hochzufahren das ist natürlich ein extrem unproblem in Deutschland historisch bedingt ich habe natürlich durch meine beruflichen Anfänge bei der Bundeswehr Zeitsoldat da eine große Sympathie für und da geht es jetzt nicht darum dass wir morgen hier wieder tausend Panzer produzieren müssten wir wahrscheinlich auch weil wir ja sehen dass der Krieg in der Ukraine aber auch der Krieg in Gaza zum großen Teil mit konventionellen Waffen geführt wird und wir reden hier von einer Industrie die mehrere hundert Milliarden stark sein kann das steht genau im Gegensatz zu dem wofür glaube ich die sozusagen eher linke Teil der Gesellschaft gekämpft hat sozusagen für Abrüstung und weniger Waffen aber jetzt nach vorne gerichtet insbesondere mit den aktuellen geopolitischen Herausforderungen ist ja die Rüstungsindustrie und dafür ist die Basis in Europa noch super sind Italien stark sind Frankreich stark sind Deutschland noch sehr stark die könnte man ohne weiteres verfünf bis verzehnfachen in den nächsten Jahren und das würde auch wieder zur Volkswirtschaft beitragen ich bin mir unsicher wie aktiv das in der Öffentlichkeit diskutiert wird ich beobachte das nicht so aktiv weil da hält sich Deutschland zurück aber nach allem was ich jetzt so lese und sehe ist das ja der logischste Schritt wenn die USA sagt wir können zu bestimmten Konditionen die NATO Verbindlichkeiten erfüllen dann muss man auch diese Rüstung selber wieder hochfahren hast du dann eine gewisse Sympathie für ich glaube Uwe dein Kompagnon bei Project A wirkt da auch ein bisschen für zumindest für die Sichtweise auf LinkedIn man kann das in Deutschland nur sehr schwer offen diskutieren weil man dann sehr sehr schnell sehr sehr schnell eingefangen wird aber ganz ehrlich wenn die Waffen gebraucht werden um auch Frieden herzustellen oder Frieden zu erhalten warum könnte das nicht dann die fünfte Säule sein absolut also macht total Sinn und wie du schon richtig sagst wir haben ja auch als Project A da angefangen so vor ein zwei Jahren uns mit zu beschäftigen da auch einige Investments getätigt im sogenannten Dual Use Bereich also das gibt immer dann auch einen zivilen Use Case und einen militärischen das ist sozusagen die Definition von Dual Use sind da sehr stark unterwegs schauen uns da auch sehr regelmäßig neue Firmen an und werden da auch weiterhin Investments machen und ich gebe dir recht also ich komme ja auch eher aus dem Frieden schaffen ohne Waffen geprägten Haushalt ja so aber wenn man versucht auf die Welt Ideologie frei zu sehen und das ist ja immer zumindest mein Bemühen das ist natürlich nicht so einfach das hinzubekommen aber weil man ja immer Biases im Kopf hat aber ich denke wenn man da ganz nüchtern sachlich drauf schaut hast du 100% Recht und wenn man sich anschaut selbst die 2% Rüstungsausgaben ist vermutlich mal das absolute Minimum um da mitzuhalten mit dem was was in China passiert was in Russland passiert und gerade wenn eben die USA sagen Europa muss da und das ist ja durchaus auch eine völlig legitime Argumentation aus deren Sicht zu sagen Europa muss sich da adäquat dran beteiligen und dann würde es natürlich auch Sinn machen da noch das Geld dann auch zu nutzen um eben eine stärkere Unabhängigkeit aufzubauen und das Geld eben nicht an amerikanische Rüstungsfirmen zu geben sondern durchaus eben zu nutzen diese Investitionen um dann hier wieder Kompetenzen aufzubauen aber eben bewusst als Europa und das ist glaube ich auch nochmal so ein Test für Europa schafft man es eben wirklich eine europäische Sichtweise da einzunehmen und das muss man ja fairerweise sagen das ist ja zumindest mal im Bereich Rüstung schon so ein Stück weit gelungen wenn man sich Airbus anschaut ist ja ein europäisches Projekt quasi die auch im Rüstungsbereich sehr aktiv sind KNDS ist ja auch ein deutsch-französisches Rüstungskonglomerat also insofern da denkt man ja schon relativ europäisch einfach weil der Markt das bedingt und das auf dem Weg weiterzugehen macht vermutlich total Sinn auch fairerweise nicht nur im Bereich Waffen oder Dual Use sondern wir nennen das hier bei uns aktuell Resilience Tag also dass man eben wirklich sagt davon ist Dual Use ist eine Komponente aber eben auch das ganze Thema Halbleiter also wir kriegen ja auch so ein bisschen mit welche strategische Relevanz der Zugang zur Halbleiter Know-how hat deswegen ist ja auch dieses Taiwan Thema so wahnsinnig sensibel nicht nur aufgrund sozusagen der politischen Dimension sondern auch aufgrund der wirtschaftlichen Dimension die dahinter steckt und da gibt es ja etliche Themen die da reinspielen wo man sagt eigentlich müsste Europa oder im Wirtschaftsraum der Größenordnung Europa sicherlich mehr grundsätzliche oder Basistechnologien auch selbst entwickeln können und das und da spielt eben auch das Thema Energieerzeugung mit sich ja genauso rein wie eben das Thema Waffen oder militärische Use Cases bei den ich komme nochmal zu dem Thema militärische Use Cases bei der Energie bin ich mittlerweile sehr optimistisch ich habe heute eine Manzli Energiezone aufgenommen und da haben wir uns mal die Energiepreisentwicklung und generell die ganzen Trends angeschaut da geht es ja schon in eine super Richtung wir sind jetzt auch bei den Gaspreisen sozusagen unter dem 2018er Standard also das ist schon wieder super billig geworden das kann jetzt keiner mehr in Europa sagen dass sich das aufgrund der hohen Gaspreise und sozusagen die LNG-Politik da massiv erhöht hat und wenn wir da jetzt noch die richtigen Preisincentives setzen und die in der Ausbau entsprechend fördern glaube ich dass wir in Europa und Deutschland voran da als Vorreiter relativ schnell energieautark werden können und auch sehr sehr günstig also sieht man in China natürlich auch und dass dort zwar immer noch Atomkraftwerke und auch Kohlekraftwerke gebaut werden aber natürlich ist der Ausbau von Wind und Solar viel schneller viel größer das folgt einem exponentiellen Ausbaupfad dort werden dort werden keine neuen Atomkraftwerke mehr genehmigt es ist einfach so billig geworden mit Solar und Wind zu 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 produzieren dass wir bei dem Thema Energiekosten glaube ich in Europa relativ schnell zu einem zu einem Setup kommen können bei dem wir dann auch nicht mehr auf Gasimporte aus den USA angewiesen sind und es auch alles innerhalb von Europa regeln können da müssten wir gar nicht so weit aus dem Fenster schauen zum Thema Rüstung fällt mir noch ein da gibt es eine Paralleldiskussion das betrifft auch die Aufstellung der Streitkräfte in Europa früher als ich noch auf der Offizierschule war haben wir Rotland gegen Blauland gespielt wer Rotland war kann man sich ja ungefähr ausmalen und fairerweise ist ja jedes Land heute so aufgestellt jedes Land versucht sich sozusagen komplett voll verteidigungsfähig zu machen und das macht natürlich aus einer europäischen Perspektive gar nicht so viel Sinn auch bei Investitionen nicht der eine muss vielleicht mehr in Drohnen investieren andere mehr in Cybersecurity wenn man das so ein bisschen bündelt das Know-how was man in Europa hat kann man daraus glaube ich einen spannenden einen spannenden Technologiepfad bauen aus dem man auch viele andere Technologien ableiten kann aber wird leider offentlich nicht so diskutiert und oft beobachte ich dann immer diese sehr erschrockene Huch die USA wollen sich da aus der NATO zurückziehen und dann muss man total nüchtern drauf schauen und sagen ja also vielleicht ist in deren Interesse auch ein bisschen geringeres Engagement macht das irgendwie Sinn um dann geopolitisch sich eher China zu widmen und dieser Wettbewerb findet wahrscheinlich eben nicht auf dem europäischen Festland statt das finde ich auch gar nicht so problematisch aber die aber das ist natürlich der ultimative Test sozusagen für den europäischen Gedanken wenn man natürlich sagt so die die Verteidigungsfähigkeit ist natürlich so die letzte Bastion quasi des des Nationalstaats wenn man selbst da anfängt natürlich dann Kompetenzen zu delegieren und zu sagen hier die Franzosen machen das mit den Drohnen und wir kümmern uns stärker um Cybersecurity also das wäre natürlich total sinnvoll aber das ist natürlich ja letztendlich da muss die europäische Idee natürlich schon sehr sehr stark sozusagen gefestigt sein weil das natürlich schon nochmal ein anderer Schritt ist als jetzt nur eine wirtschaftliche Zusammenarbeit aber es würde total Sinn machen und wenn man wahrscheinlich alle europäischen Rüstungsbudgets zusammenwerfen würde und wie gesagt ein Stück weit gibt es ja eine Kooperation auch schon aber das nochmal zwei drei Stufen weiter zu drehen das ist vermutlich der einzige Weg ja aber ich frage mich halt wenn nicht jetzt wann denn dann was fehlt uns denn quasi noch um das zu machen bei dem Thema Budget fällt mir in den Unterlagen auch von Julian auf dass wir noch gar nicht über die einzelnen Staatshaushalte gesprochen haben und ein Problem und das ist ja das was der Christian Lindner immer sagt wir haben gar kein Einnahmenproblem ist genug Kohle da haben wir mit Ausgabenproblem und so sehr ich an der sozusagen an der Regierungsfähigkeit der FDP zweifle da hat er leider recht also wir sind ja jetzt in einem sozusagen in einem in einem im Staat Set abgefangen was sozusagen sehr stark auf Welfare aufgebaut ist es wird eigentlich alles für alle gemacht der Staat fängt an vielen Bereichen auf sozusagen in vielen Bereichen die wo dann die Menschen die das dann auffangen müssen dann auch sagen hey warum ist das eigentlich so warum wird hier nicht sozusagen dann auch mal die Hand aufgehalten dass derjenige der hier irgendwas verursacht auch zahlen muss aber mir ist das aufgefallen vor allem in der Statistik und zwar in der in den Verwaltungsausgaben da habe ich hier einen sozusagen Link gefunden der aufzeigt dass die Verwaltungsausgaben in Deutschland in den letzten zwölf Jahren von vier Prozent auf sechs Prozent gestiegen sind also wir haben nicht von das heißt in absoluten Zahlen von neun Milliarden auf 22 Milliarden Verwaltungsausgaben für Mitarbeiter und ja Schreibtischkosten Arbeitsplatzkosten in den verschiedenen Ämtern und wenn man sich das parallel anschaut mit dem Failed State Theorien und mit der fehlenden Fähigkeit zum Beispiel im Bundesbeschaffungsamt für die Bundeswehr überhaupt eine Entscheidung zu treffen und effizienter zu sein dann scheint das ja in eine ganz falsche Richtung zu laufen da gibt es ja riesige Einsparpotenziale sozusagen werden dann Leute frei die anderswo am Arbeitsmarkt viel dringender gebraucht werden aber dieser Verwaltungsapparat den wir uns da aufgebaut haben den wir uns auch deshalb aufgebaut haben weil uns die Digitalisierungsfähigkeiten da fehlen ich weiß gar nicht wer jetzt Nummer eins ich glaube Litauen ist Nummer eins in Europa das digitalisierteste das digitalisierteste Land auf Verwaltungsebene in Europa aber es gibt ja enormes Potenzial also wir müssen ja noch gar nicht in diese Trickkiste neue Schulden machen greifen da kommen wir gleich noch dazu wie Deutschland da im Vergleich aussieht wir können ja wir müssen einfach viel weniger Geld Geld ausgeben und dann ein bisschen effizienter arbeiten sagt sich das zu leicht oder wie schaust du darauf ja also das ist natürlich wenn man jetzt auf sozusagen Greenfield agieren würde wäre das wäre das wahrscheinlich so aber es ist natürlich auch durch durch das Thema Föderalismus in dem wir sozusagen jedem Bundesland uns da eigene Struktur nahe halten das natürlich auch sehr stark dann mit gewissen Kompetenzen einher geht ob es jetzt Gerichtsbarkeit Bildung ist ja sozusagen Bundeslandthema und das verhindert natürlich auch und viele auch der Verwaltungsprozesse werden dann eben mit einigen Bundesländern die machen dann da gewisse Dinge gemeinsam aber eigentlich müsste man da natürlich konsequent quasi auf nationaler Ebene agieren und sagen wir machen das jetzt für alle neu und und da darf halt nicht jedes Bundesland seine eigenen Dinge entwickeln aber das würde natürlich bedingen dass Bundesländer Kompetenzen abgeben und und letztendlich irgendwelche Regionen Kompetenzen abgeben und das ist natürlich schon die Frage ob das realistisch und machbar ist aber konsequent wäre es und richtig wäre es auch alleine in Berlin gibt es über 100.000 Angestellte hier im Verwaltungsapparat aber die gehören auch auf das ist nicht für den Bund das ist nicht für den Bund das ist nur für Berlin das ist schon das ist schon der absolute Wahnsinn also dementsprechend gut aber die also die bei der Polizei Beschwerdestelle arbeiten die möchte ich in dieser Stelle nochmal grüßen die machen guten Job ja das das macht alles sein aber das ist natürlich schon Wahnsinn dass letztendlich ungefähr 3% 100.000 Verwalten Berlin das ist schon viel und ja also wie du schon sagst wenn man da den Digitalisierungsgrad und Automatisierungsgrad erhöhen würde dann könnte man natürlich auch KI einsetzen für Themen man hätte gemeinsame Datentöpfe und so weiter also dass wenn man das konsequent durchdenken würde aber das bedingt natürlich wahrscheinlich dass man das eben nicht einzelnen Regionen überlässt sondern dass man das Top Down durchdrückt und das wird vermutlich eine ganz eine ganz zähe Geschichte aber eigentlich wäre das natürlich konsequent das wäre konsequent so auch für das Thema Bildung sehr wahrscheinlich das wäre sehr konsequent für das Thema Digitalisierung der Verwaltung also aber das ist vermutlich nicht realistisch aber bis der Druck nicht noch stärker wird und der Kosten Einspardruck eben dann noch oder wie werden wir effizienter Druck wenn der noch größer wird also ich bin da ein bisschen hinterher gerissen der Julian hat ja jetzt auch in dem Dokument nochmal so ein bisschen die Geschichte von Argentinien hinterlegt die ja sozusagen mit ihrem Sozialstaats Gehabe dann in den ab den 50er Jahren den Staat an die Wand gefahren haben ja es wurde eigentlich für alles quasi Schulden aufgenommen der Schuldenberg ist immer weiter gestiegen und das hat ja zu der Situation geführt die wir jetzt sehen dass die permanenten roten Zahlen sind und jetzt einfach massiv zurückrudern müssen und ich bin da so ein bisschen hinterher gerissen weil in der öffentlichen Diskussion auch in der LinkedIn Diskussion in der wir beteiligt sind wird ja immer gesagt Deutschland muss jetzt Schulden machen wir haben eigentlich sehr wenig Schulden im Vergleich zu anderen Staaten wir müssen investieren nach vorne und wenn ich jetzt der Christian Linder wäre als Finanzminister würde ich sagen ja das stimmt vielleicht es gibt bestimmte Bereiche da kann man jetzt Schulden machen aber bisher führen mehr Ausgaben nur dazu dass das fette Staatssystem noch fetter wird es wird nicht effizienter und deswegen habe ich schon eine gewisse Sympathie sozusagen Schulden auch zu zu differenzieren möglicherweise in gute und in schlechte Schulden sozusagen den Staat zu zwingen die Verwaltung zu verschlanken also im Grunde genommen wie ein Unternehmen dem das Geld ausgibt zu sagen okay da müssen wir jetzt von den 100.000 müssen jetzt 50.000 entlassen werden dadurch entstehen schon mal massive Effizienzen dann gibt es vielleicht noch mal ein bisschen freies Budget für die Digitalisierung der Trau ja ist das noch mal Trauamt nee ist das noch mal Landesamt sagen wir mal Landesamt da neue Termine zu bekommen das kann man dann digital machen da muss man keinen mehr anrufen vielleicht kann man es nicht per Zoom machen den Trauungsvorgang mit Face ID oder sowas da bin ich so ein bisschen hinterhergerissen also ich sehe natürlich diese verschiedenen Investitionsvorhaben in den USA die aber auch dort dazu führen dass die Verwaltung deutlich dicker wird auch dort steigen die Verwaltungsausgaben massiv aber es zieht den ganzen Staat mit nach oben und so einen deutlich schlankeren Staat kann man wahrscheinlich nur erzwingen wenn man tatsächlich sich hart ans Budget hält das geht dann aber zulasten von wirklich langfristigen Investitionen in Infrastruktur Gebäude Bildung Militär was was auch immer ich bin da ich habe in den letzten Wochen sozusagen habe ich da noch keine konnte ich mich noch für keine Seite entscheiden hast du da irgendwie einen Blick drauf sozusagen müssen wir deutlich mehr kann man Schulden irgendwie so trennen dass sich nicht Leute bedienen vor allem der Bedienervollwaltungsapparat und dann noch mal irgendwelche Sonderposten schafft das war ja auch in der Presse in den letzten in den letzten Wochen ich meine das muss ja das kann man ja damit verhindern indem man einfach weniger Geld gibt ja das stimmt wobei wir natürlich schon das ist ja das das Spannende wir sind ja was die Staatsverschuldung angeht von eigentlich allen entwickelten Ländern wahrscheinlich außer Südkorea die sind irgendwie auch ganz gut unterwegs aber sind wir mit ein bisschen über 60% vom vom GDP obwohl unser GDP ja gar nicht stark gewachsen ist das darf wir haben ja eigentlich drei Jahrzehnte relativ langsam Wachstums hinter uns auch gerade im Vergleich zu den USA und das relativiert es ja auch noch mal wenn in den USA die Verwaltungsausgaben steigen dann sind die halt über die letzten 30 Jahre wahrscheinlich doppelt so stark wachsen wie wir das heißt das relativiert das auch noch mal massiv und wir sind natürlich mit muss man sagen stehen trotz unseres eigentlich relativ langsamen GDP Wachstums ziemlich diszipliniert da was die Staatsschulden angeht im Vergleich zu den USA sowieso aber auch im Vergleich zu Ländern wie der Schweiz ja das ist eigentlich ganz spannend also man sagt ja immer die Schweiz ist ja immer so ein Musterknabe die Schweiz hat 280% ihres GDPs Schulden ja das ist eigentlich schon ganz ganz spannend und die Vereinigten Staaten sind doppelt so hoch wie wir also was den Prozentsatz Schulden am am GDP angeht also insofern wir hätten hätten da sicherlich schon Spielräume aber wie du schon sagst du musst natürlich dann unternehmensartig quasi Investitionscases denken und und dann kann man wahrscheinlich schon differenzieren zwischen guten Schulden und schlechten Schulden weil grundsätzlich sind ja Investitionen die eine gewisse Amortisationszeit haben wenn man die mit Schulden finanziert ist das ja ein völlig probates Mittel sie dürfen halt nur nicht quasi bei Privathaushalten würde man sagen konsumtive Schulden die dann sozusagen einfach wegkonsumiert werden sondern es müssen halt Investive Schulden sein die dann eben zu zumindest relativ hohem Prozentsatz zu vernünftigen Verbesserungen über einen realistischen Amortisationszeitraum führen und ich glaube wenn man da in der Lage wäre das soll ja so ein Bundesrechnungshof der soll sich ja sowas anschauen darauf hinweisen ob das bei uns eigentlich so passiert aber das sollte eigentlich schon gelingen quasi dort etwas mehr Flexibilität aufzubauen wenn man eben sinnvolle Investitionen hat nur die Erfahrung zeigt natürlich und deswegen wurde ja auch so eine Schuldenbremse eingeführt dass diese Disziplin und diese Differenzierung dann eben doch nicht gelingt weil man dann eben in der politischen Praxis zu schnell dann irgendwelche Geschenke verteilt und genau und dann eben doch nicht investiert sondern eben eher gewisse sozusagen ja Zielgruppen oder Klientelpolitik betreibt die dann eben von diesen Geschenken profitieren und das muss halt müsste man natürlich wirksam verhindern wenn man sagt man will mehr Schulden machen und davor haben haben natürlich viele Angst aus den Erfahrungen der Vergangenheit weil man halt weiß so richtig klar gelingt das dann halt doch im politischen Alltag nicht okay weil wir nicht effizient quasi das Geld verteilen können also hat Christian Lindner in diesem Fall wahrscheinlich nicht Unrecht also mit einem deutlich effizienteren Staat der massiv investive Schulden auch für sich nutzt wäre das ja gar kein Problem weitere Schulden aufzunehmen aber in der Staatsform oder in der Verwaltungsform in der wir aktuell sind funktioniert das nicht der der Scott Galloway bekannt also nicht sachlogisch funktioniert das nicht aber sozusagen aus der Erfahrung tut man sich damit schwer aber der Scott Galloway sagt ja immer also der der ist ja auch in diversen Podcast unterwegs best place to earn money ist die US best place to spend money ist Europe ja was wie Lebensqualität Kultur und Co angeht also Europa ist ja und das sieht man natürlich wenn man in in die Großstädte fährt ist ja ein extrem attraktiver Ort für Touristen ich glaube Italien ist das Reiseland Nummer 1 global sogar obwohl da die Infrastruktur wirklich Hanebüchen ist in vielen in vielen Städten Spanien wird das massiv aufholen aber auch Deutschland ist ganz attraktiv also die Leute kommen ja gerne hierher das heißt sozusagen diese Basismigration diese Basisbedeisterung ist ja da das ist jetzt ja zum Beispiel anders als in der Mena Region ja also Saudi Oman Katar die mit riesigen Investitionen die Leute erstmal so anlocken müssen gibt es ja sozusagen ist der Honig ja hier oder es sieht ja noch sehr sehr interessant aus es fehlen dann die Leute um die entsprechende Dienstleistung zu erbringen ja die Fahrt mit dem Taxi ähm äh funktioniert nicht vom Flughafen weil es einfach zu wenig Taxifahrer äh gibt Balletservice gibt es glaube ich in Deutschland vielleicht noch bei 10 Hotels ähm aber das wird das wird weniger dafür gibt es die Leute gar nicht äh gar nicht mehr aber grundsätzlich ist ja die Ausgangslage wenn ich jetzt mal die Daten so anschaue und äh Julian hat ja auch nochmal eine Statistik hier reinkopiert von PwC die zeigt wie attraktiv sind wir eigentlich innerhalb der Europäischen Union für Investitionen nach vorne die ist ja gar nicht schlecht also das ist ja extrem viel äh ähm da wir äh aus dem könnte man ja schon was ähm aus dem könnte man ja schon was machen ähm und wenn ich mir wenn wir jetzt mal in den letzten 10-15 Minuten darüber reden was heißt denn das eigentlich nach vorne als 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 Vision wo könnte man da eigentlich angreifen also ich habe jetzt mitgenommen demografischer Wandel ist eigentlich das größte Problem ist aber das eigentlich das größte Problem aller Entwicklerstaaten also dem kann man auch nicht ausweichen wenn man jetzt nach in die USA geht das vielleicht hängt es ein bisschen hinterher aber im Wesentlichen nicht innerhalb von Europa USA hat das Problem eben nicht weil sie hat deutlich höhere Geburtenrate haben ja und äh natürlich eine sehr äh äh etablierte äh Einwanderung von Fachkräften die halt wegen der tollen Unis kommen und dann halt bleiben ne so und äh also USA hat hat das demografischen Wandel längst nicht so stark wie wir das haben okay Stine hat das ja auch hat das jetzt ja auch durch die Einkind-Politik die laufen auch rein ich bin jetzt weiß jetzt nicht ganz genau wie weit diese demografische kurve da jetzt gerade verläuft aber die 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 trailen da glaube ich nicht weit hinter Europa die haben das gleiche die haben die Einkind-Politik ist ja aufgehoben worden aber es dauert natürlich Jahrzehnte so wie es aussieht um dann quasi vom Verhalten das ist ja dann sehr stark gelernt dass eine Familie hat ein Kind hat und ähm ist natürlich auch ein Wohlstandsthema in China das heißt Kinder sind teuer Ausbildung von Kindern ist teuer man scheut die Verantwortung also die gleichen Themen die wir ja dann auch haben und und obwohl die Einkind-Politik aufgehoben ist zeigt sich eben es dauert dann halt doch Jahrzehnte bis eben so eine so eine Geburtenrate sich wieder erhöht ja okay aber sozusagen was müsste dann was ist eine Smartivision weil ich glaube man muss ja eine Bevölkerung oder ein Staat vielleicht ignorieren wir jetzt mal kurz die europäische Ebene sozusagen wie holen wir die Leute quasi hinter diesen hinter diesem äh hinter diesen depressiven Ofen wieder vor wo sie sagen okay das das können wir jetzt gemeinsam anpacken hierfür äh stehe ich das können wir in den nächsten 30 Jahre äh ähm das können wir in den nächsten 30 Jahre ähm machen ist das irgendwie Wohnraum für alle ja sozusagen jeder der sich die anstrengend kriegt auch irgendwie bezahlbarer Wohnraum für alle sozusagen wenn man da jetzt investiert kann erzeugt das ja so eine massive Binnennachfrage die hat ja China auch nach oben gespült also sozusagen dieser Domestic ähm Demand wir bauen ganz viele Häuser das sorgt einfach für sehr 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 viel schneller drehendes Geld also weg von den Sparkonten rein in Immobilien in Straßenbau in Infrastruktur in Nahwärmen ähm Netze wir bauen jetzt sowieso das Gasnetz ähm im großen Teil in Deutschland muss ja umgebaut werden äh sozusagen dieses äh was in den Endhaushalten ankommt in mit Nahwärmenetzen wird das umgebaut mit Elektro also es gibt ja ganz viel Geld was sich nochmal so rein äh dreht äh könnte Wohnraum für alle gekoppelt mit dem Thema okay wenn du nach Deutschland kommst lieber qualifizierter ähm Facharbeiter ähm dann gibt es hier bezahlbaren Wohnraum für dich und deine ähm Familie ähm das würde doch schon mal einen großen Teil sozusagen des Problems lösen also wenn ich mich so umschaue in meinem Freundeskreis oder auch jetzt bei den Spryker Mitarbeitern das sind jetzt ja alles äh sozusagen Menschen in einem Alter die keine Ahnung die entweder gerade eine Wohnung gekauft haben oder ein Haus oder sich umschauen die aber jetzt in dieser Kostenproblematik drin sind äh wenn die perspektivisch für zweieinhalb dreitausend Euro pro Quadratmeter was kaufen können in attraktiver Lage da würde ich jetzt Neuropien im ersten Schritt nicht zuziehen ohne jetzt Neuropien nachtreten zu wollen ähm könnte das ja schon wieder was äh was richtiges entfachen wo sind diese Botschaften man kann das sehen man kann das irgendwie anfassen man kann da investieren können sich irgendwie alle dran äh beteiligen äh wie wäre das so ja also ich glaube klar also bezahlbarer Wohnraum äh ist sicherlich ähm etwas was was auf jeden Fall massiv helfen würde wir haben ja einen riesen Pfund in Europa ist ja Europa ist relativ sicher ne muss man ja sagen ähm das ist ja schon ein großer Faktor auch im Vergleich äh zu einigen anderen Ländern auch in USA ne wo du ja auch sagst ähm da hast du sicherlich ein anderes äh Sicherheitsempfinden auch in vielen Städten als du es bei uns hast ähm und um Sicherheit da haben wir glaube ich in einem da haben wir schon in einem Podcast drüber geredet es gibt es die die es leisten können sozusagen kaufen sich jetzt äh sozusagen Immobilien in Europa weil sie ja so viel mehr Geld verdient haben in den letzten Jahren das Gehälter sind ja teilweise fünf bis acht fünf bis achtzig Prozent höher für die ist jetzt eine Finca in Südfrankreich gut Südfrankreich ist jetzt schlecht das ist genauso gefährlich wahrscheinlich wie L.A. aber Mallorca äh ist das hoch hochattraktiv also das Geld kommt jetzt auch nach Europa der reichen Amerikaner und Sicherheit ist ein wesentlicher Faktor ein anderer großer Faktor wo Europa ja schon sehr stark ist ist bezahlbares Gesundheitssystem von einer hohen Qualität das ist deutlich zugänglicher den meisten europäischen Ländern ähm als das in USA der Fall ist auch deutlich günstiger zugänglich ähm also insofern das ist sicherlich etwas was man europäisch ausbauen müsste ähm und und wie gesagt wo ich halt sehr stark äh dran glaube und was ja auch der Effekt in den USA ist äh Spitzenforschung Spitzenuniversitäten um eben sehr gute Talente anzuziehen die dann idealerweise günstigen Wohnraum finden ne ähm und und was da natürlich auch noch ein Aspekt ist der der fehlt ist eben nicht nur die Spitzenuniversitäten und 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 sozusagen Leuchtturminstitutionen hier im Bereich Forschung äh sondern natürlich auch Schulen die dann äh wo halt Hochqualifizierte gerne ihre Kinder hingeben ne und das ist äh zu einem bezahlbaren Preis weil das ist eben schon äh auch etwas äh was in der Schweiz zum Beispiel auch als sehr sehr positiv wahrgenommen wird von 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 ausländischen Fachkräften ähm dass sozusagen Schulen dort dort zugänglich sind Kinderbetreuung dort relativ günstig also relativ nicht günstig das nicht das ist in der Schweiz nicht das Feature aber dass eben äh Kinderbetreuung dort in einer guten Qualität zugänglich ist Gesundheitsversorgung in einer guten Qualität zugänglich ist ähm also man kann sich ja letztendlich anschauen wie macht die Schweiz äh oder wie ist die Schweiz positioniert die schneiden ja eigentlich äh ähnlich wie Kanada eigentlich in allen Lebensqualitätsrankings eigentlich immer sehr sehr gut ab und was sind die die Themen das ist immer Sicherheit ähm äh Gesundheitsversorgung ähm und und eben attraktive Arbeitsplätze und und Universitäten und und Spitzenforschungseinrichtungen ähm und das ist vermutlich auch das was äh was man auf europäischer Ebene insgesamt stärker äh sozusagen in Vordergrund stellen müsste und dann eben eine sehr sehr gut funktionierende Infrastruktur Deutschland als die große Schweiz Deutschland als die große Schweiz und deine sozusagen deine These mit den Universitäten und Bildung ist ähm kommt das daher dass wir jetzt sagen okay wir haben so einen industriellen Wandel also die Automobilindustrie als Exportnation darauf können wir uns wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren nicht mehr stützen wir brauchen ohnehin andere Industrien vielleicht ist das die Rüstungsindustrie vielleicht ist das auch irgendwas anderes aber ähm das die können wir uns aber nur die können wir uns quasi nur ähm ausbilden in Europa wenn wir die entsprechenden Spitzenleute auch hier in Europa haben die bereit sind hier Unternehmen zu gründen äh und das ist ja das Learning aus den USA ne dass sozusagen diese Spitzenleute häufig dann eben hier in den Unternehmen bleiben äh und auch Unternehmen äh ja in einem hohen Umfang gründen ist ja sehr beeindruckend zu sehen in den USA wie viele ähm äh auch Startup-Unternehmen äh die dann später sehr sehr erfolgreich sind äh zum Teil von Leuten mit Migrationshintergrund gegründet werden die eben äh äh weil ihre Eltern oder weil sie selbst äh dann eben äh zu einer der Spitzenuniversitäten gekommen sind und das ähm und das muss man muss man eben schon als wesentlichen Faktor sehen ähm äh ich glaube halt dass in dem Moment wenn man hochqualifizierte Menschen äh in größerem Umfang zu sich bringt und denen Entfaltungsmöglichkeiten bietet dass die denen dann eben auch hier bleiben wollen ähm und das muss man sich ja letztendlich anschauen wie schaffe ich einen möglichst attraktiven Raum äh äh für hochqualifizierte auf einer globalen Scale und und wenn ich das schaffe diese Menschen hier hinzuholen dann werden da gute Dinge bei entstehen ne sowohl in der Forschungsebene wo dann auch indirekt wieder äh wirtschaftliche Aktivität bei rauskommt ähm äh sozusagen unternehmerisch ähm und und diesen Menschen das das Leben hier so einfach und und so so lebenswert wie möglich zu äh zu schaffen das ist äh das ist ja letztendlich der Weg ne und 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 für Deutschland ist für die Wohnraum das Problem ich meine in den USA wenn du da jetzt in eine große Stadt gehst San Diego L.A. und da in eine Spitzenuni gehst ist doch Wohnraum genauso knapp und und teuer wie jetzt in Berlin oder Hamburg oder das stimmt ähm aber da ist sozusagen dann das äh das Thema die Gehälter sind ja auch deutlich höher ne da in den USA das heißt die können sich dann diesen Wohnraum auch leisten ähm aber in der Gesamtschau ne also relativ günstiger ähm äh relativ günstige Gesundheitsversorgung und auch zugängliche Gesundheitsversorgung in der breiten Masse ähm ich glaube da kann man sich schon positiv äh eben von von den USA ähm abheben ähm und es ist ja auch nicht so das muss man sagen obwohl die Gesundheitskosten USA glaube ich pro Einwohner fast doppelt so hoch sind wie bei uns äh ist jetzt nicht so dass die Lebenserwartung in den USA höher wäre äh äh also die in der in der gesamten Masse kommt kommen eben diese wahnsinnig hohen Gesundheitskosten äh nicht durch bessere Qualität oder ne also dadurch dass du natürlich einen riesen Spread hast zwischen guter und schlechter Gesundheitsversorgung aber in der breiten Masse kommt eben die Qualität der Gesundheitsversorgung äh nicht in der Qualität in den USA äh der Bevölkerung zugute so und ich glaube schon dass man sich da positiv differenzieren kann ähm und äh jetzt für Deutschland ganz spezifisch ähm ist sicherlich auch eine sehr attraktive Positionierung dass man sagt Deutschland muss im Prinzip der Erschließungshub werden um quasi den europäischen Markt äh bedienen zu können und ich glaube das ist sozusagen das nächste äh die nächste Vision jetzt insbesondere für für Deutschland man muss ja eigentlich sagen wenn du in Europa Geschäft machen willst und das ist immer noch einer der attraktivsten Wirtschaftsräume äh global dann ist Deutschland für dich äh äh ein ein sehr guter Startpunkt ne so ein bisschen wie das auch äh äh London äh für viele amerikanische Firmen ist wenn sie nach Europa wollen ist London die natürliche der natürlich erste Schritt natürlich auch aufgrund der Sprache äh aber auch weil weil London natürlich ähm als Stadt äh oder auch England als als Land aber insbesondere natürlich London als Stadt äh sehr sehr gut in der Lage ist ähm äh eben Ausländern sehr schnell äh das Gefühl zu geben äh dass sie hier dass sie hier angekommen sind und ich glaube diese Art der Willkommenskultur und 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 äh Offenheit das muss im Prinzip in allen wesentlichen deutschen Städten gewährleistet sein auch für Menschen die halt kein Deutsch sprechen ne und ich glaube da ist sozusagen äh dieser Fakt dass man eben auch denkt ja die Leute müssen Deutsch sprechen und so weiter ähm das ist aus meiner Sicht ein nachgelagerter Punkt für für hochqualifizierte wir müssen eigentlich jede hochqualifizierte Person ähm äh die hier gerne sein möchte und die hier gerne arbeiten möchte und sich hier einbringen möchte denen müssen wir eigentlich äh die Möglichkeit geben das relativ friktionslos äh zu tun und darauf müssen wir eben auch die Verwaltung ausrichten und davon sind wir eben noch weit 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 entfernt Okay da kommen wir gleich nochmal dazu sozusagen wie wir da hinkommen ähm hältst du denn das ganze Thema Besteuerung von Einkommen Erbschaftssteuern ist das weil das wird immer sehr sehr viel diskutiert ja sozusagen hohe hohe Steuersätze äh schwer zu investieren Doppelbesteuerung ja das ist das ganze Thema Dry Income haben wir da natürlich äh auch Unternehmensbesteuerung ähm ist das aus deiner Sicht ein Hebel darüber haben wir gar nicht besprochen äh bisher hält das Unternehmen davon ab oder auch Unternehmer mehr in Deutschland mehr zu machen in Europa mehr zu machen gehen die wirklich keine Ahnung in die USA und äh gründen dann da oder bleiben sie nicht doch hier und ähm nutzen dann die vielen Vorteile also Sicherheit äh Gesundheitssystem für sich aus Ja also ich glaube äh das ist hier ehrlich schon ich meine deswegen hat der Startup Verband ja auch sehr stark drauf gedrungen und das hat sich ja auch jetzt deutlich ähm deutlich verbessert ähm dass wir natürlich schon im internationalen Vergleich äh ähm kompetitive äh Voraussetzungen haben müssen was auch die was auch die Besteuerung von von ESOPs und solchen Themen angeht ne das ist das ist aber vermutlich jetzt sozusagen aus global globaler Sicht also aus Startup Sicht das ist sicherlich schon ein Thema ähm ist das jetzt sozusagen aus gesamt wirtschaftlicher Sicht ist das vermutlich eher nachgelagert ne ähm aber da ist eher das Thema äh Einfachheit der Verwaltung wie schnell kann ich hier als Unternehmen äh gewisse Prozesse durchführen und so weiter wie aufwendig ist das ähm das ist sicherlich wesentlicher als jetzt die als die konkrete Besteuerung ja okay wie kommen wir da jetzt hin letzte Frage hier im Podcast ähm heute gab es im Newsletter von Manager Magazinen äh Hinweis auf eine Studie von drei Kieler Wirtschaftsforschern das habe ich mir nicht ausgedacht mit den ganzen Kieler Hintergrundinformationen das war jetzt Zufall dass das hier aus der Kieler Volkswirtschaft ähm ähm kommt ähm die haben analysiert äh wie Populisten ähm wenn die an die Macht kommen in der Regierung welchen Einfluss die auf das ähm Brutto-Zo-Zeit-Produkt des Landes haben und äh von Hitler über Mussolini bis hin zu äh Perron und Trump haben es untersucht und ähm die haben herausgefunden dass in der Regel zwei bis drei Jahre nach dem Amtsantritt eines Populisten das äh Brutto-Zeit-Produkt ähm sinkt ja und das ist quasi den den Delle ist dann nach zehn Jahren richtig ausgeprägt wenn das andersrum auch so gelten würde dann müsste man ja sagen okay Merkel hat wenig gemacht Scholz kommuniziert kaum irgendwas dann müsste das ja auch eine Ausprüfung nach oben geben gab es aber bisher irgendwie nicht jetzt ja die Frage wie kommen wir jetzt zu der effizienten ähm Verwaltung so trauen wir das Christian Lindner und Olaf Scholz oder Robert Habeck zu dass die das so drehen ähm weil das was wir hier beschreiben ist ja doch schon ein massiver Wandel also effiziente Verwaltung aktive Migrationspolitik Bauwirtschaft möglicherweise auch Rüstungsindustrie weiterhin unpopuläres Thema ähm wie kann man das machen wir können jetzt ja nicht irgendwie den estischen oder litauischen Premierminister die das offensichtlich gut hinbekommen haben dafür ihr Land hier importieren oder Sana Marien aus Finnland die ist ja jetzt ja frei gerade ähm da haben wir jetzt ja nicht so einen sozusagen wie wie im wie im Fußball quasi so eine Art Trainerkarussell wäre vielleicht ganz hilfreich ähm was machen wir denn jetzt wann wann fängst du an mit deiner Partei Florian um hier direkt auf den Punkt zu kommen ne ich glaube ja und ich glaube das ist das ist halt der 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 Punkt äh ich glaube das wird nur gehen indem man das eben sozusagen aus den Parteien selbst macht ne es gibt ja auch immer wieder den Gedanken man müsste irgendwie eine neue Partei gründen und so weiter ähm so und und vermutlich geht das aber eben in in eine Demokratie in der wir sehr gerne leben halt nur indem man wirklich versucht quasi sich in den bestehenden Parteien zu engagieren ne wir haben ja eben Thomas Heilmann gesprochen das ist ja jemand äh sozusagen den ich zumindest so wahrnehme der sagt äh ich ich versuche relativ ideologiefrei äh wirklich möglichst gute mittelfristige Lösungen äh zu erreichen innerhalb des politischen Betriebs aber das ist natürlich schon ein wahnsinnig schwerer also wir brauchen mehr Thomas Heilmanns du bist ja namenstechnisch auch nah dran äh fällt mir hier gerade äh aber du sagst ja dann du sagst ja dann dass die Leute hier zum Beispiel so eine Partei gründen wie wie ist denn Volt glaube ich äh äh gab es gab es jetzt ja eigentlich wäre das ähm volkswirtschaftlich deutlich besser eingesetztes Kapital wenn die Menschen die sich dort engagieren in den bestehenden Gremien engagieren sozusagen ob das jetzt der CDU Landesverband irgendein Kommunalding ist die können ja auch ähm versuchen Bürgermeister oder sich als Bürgermeister ehrenamtlich zu engagieren ohne Parteibuch also du glaubst die Veränderung also es fehlt dann die jungen Leute und auch die wählbaren Menschen die gehen ja dann im Grunde genommen den großen Parteien verloren wenn sich alle in Einzelaktivitäten ähm aufhalten das gilt dann auch für Tarek ja noch aus seiner Partei gründen glaube ich in Hamburg da müsste dann dann quasi eher die wer immerhin da am nächsten liegt die Grünen die FDP die SPD die CDU äh müsste da versuchen von innen zu reformieren wäre jetzt meine These also ähm und wie gesagt die letzten größere Reform war ja die Agenda 2010 die ist ja auch aus der SPD entstanden was ja schon eigentlich ganz ganz spannend ist dass letztendlich eine Partei äh die ja sozusagen eigentlich für mehr Ausgaben und mehr Umverteilung steht dann letztendlich so einen ja deutlichen Schritt äh gemacht hat ähm aber klar das bedingt natürlich dass du Menschen brauchst ja der ist jetzt gerade sehr in der Kritik der Gerhard Schröder äh wegen Nähe zu Putin und so weiter aber wenn man das sozusagen jetzt mal ausblendet muss man sagen war das halt jemand der gesagt hat ich glaube das ist richtig und dann äh es irgendwie mit Hilfe von Franz Müttefering geschafft hat äh das sozusagen gegen den innerparteilichen Widerstand durchzusetzen und du brauchst halt mehr solche Menschen äh die das dann eben die das dann eben tun also ich ähm ich glaube das ist der einzige Weg ob es dazu kommen wird da kenne ich das politische System ehrlicherweise zu wenig ähm aber das ist ähm ja vermutlich muss es muss es so sein und vielleicht ist die Hoffnung da wenn jetzt der Handlungsdruck nochmal stärker nochmal größer wird und nochmal klarer wird wo auch die Themen sind äh dass man sich dann doch parteiübergreifend äh arrangiert und dann eben diese pragmatischen Lösungen gemeinsam äh durchsetzt das wäre eben die wäre eben die Hoffnung ähm äh aber klar ist natürlich äh solche Elemente wie jetzt die AfD ähm ähm helfen dabei natürlich nicht weil du damit natürlich immer wieder äh dem äh ja letztendlich der der Versuchung widerstehen musst äh auf die populistischen Anreize oder Reize die dann da eben kommen von links und rechts äh darauf dann im Prinzip wieder einzugehen und dann eben gewisse äh gewisse Dinge äh dann eben so äh zu berücksichtigen die äh mittel- bis langfristig äh eben eben doch nicht hilfreich werden weil all diese Themen die wir jetzt gerade besprochen haben das sind ja alles Projekte die brauchen 15, 15, 20 Jahre plus äh und die muss man dann eben auch so lange durchhalten und das ist im politischen Betrieb äh der alle vier fünf Jahre eine neue Wahl äh vor sich vorsieht äh natürlich nicht so einfach durchzusetzen aber ja also ich denke man kann ja im Kleinen anfangen also wir können uns ja an Finn Bartels ein Beispiel nehmen also erstmal Trainer werden örtlich äh im Tischtennisverein oder beim Fußball sozusagen die Leute zusammenführen deswegen habe ich das auch mit Finn Bartels gemacht das ist so eine der letzten so Fußball führt ja wirklich sozusagen alle sozialen Schichten äh zusammen ne sozusagen beim Kickern ist irgendwie erstmal alles vergessen und alle können ja mitmachen das ist sehr sehr niedrigschwellig ähm bevor man sich dann als ehrenamtlicher Bürgermeister in seinem Heimatort äh engagiert ähm aber ich glaube was ja schon klar wird es reicht nicht aus sich über Twitter und Co zu beschweren dass irgendwas nicht läuft und man irgendwas nicht mag es liegt an uns die Veränderung mitzugestalten ähm und ja und jede Partei ist ja offen ne also ähm also man kann da eintreten man kann sich da engagieren und wenn man das tut dann ähm ja äh bekommt man da im Prinzip auch Gehör aber man muss natürlich sich innerhalb der Spielregeln dort bewegen ne und zu sagen das ist alles doof und äh da habe ich keine Lust drauf dann darf man sich auch letztendlich nicht beschweren das ist das ist so ja okay also wir haben jetzt hier noch sozusagen ganz keine klare Vision ausgearbeitet aber ich bin deutlich positiver gestimmt äh hier am Ende des Podcast als ich in die Podcast Vorbereitung reingegangen sind also sozusagen die Basics sind da die äh die Möglichkeiten sind da es liegt jetzt an uns das zu ähm ist das zu hebeln und ich freue mich auf das Feedback der ähm der Hörer wir werden sicherlich in diesem Jahr nochmal die ein oder andere Folge Gast dazu machen ich versuche auch nochmal den ähm genannten Professor vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut einzuladen der hat ja da ähm der hat eine ganz ganz globale Perspektive darauf ähm da gibt es ja Leute die machen das nicht nur alle paar Monate mal im Podcast sondern die beschäftigen sich ja beruflich damit wie man das Land ähm ähm voran bekommen kann und an welchen Ländern man sich ein Beispiel nimmt an Argentinien sollten wir uns keins nehmen an der Schweiz vielleicht an Estland auch und an den USA in vielen Fällen mittlerweile ähm auch und damit möchte ich die vielen Hörer jetzt verabschieden äh in dem Podcast Feierabend und bedanke mich auch bei dir Florian in diesem Sinne mach's gut ciao ciao so ich hoffe ihr konntet ein paar spannende Anreize finden für eure eigenen Gespräche und fürs positive Denken ähm ich hab hier parallel noch von einem Freund auch einen ein regelmäßiger Podcast Hörer die aktuellen Zahlen bekommen für ein Neubauprojekt in Berlin was das kostet und was man da mittlerweile an Mieteinnahmen im Monat nehmen muss nur äh äh den Kredit äh zu decken äh und die Zinsen zu tilgen ist ja Wahnsinn da gehen wir mittlerweile in die 30 Euro Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter für Neubauprojekte so kann's natürlich nicht weitergehen aber da gehen wir im Detail vielleicht immer in einem der nächsten Podcast äh drauf ein und nächste Woche müsste es weitergehen mit dem CEO von Klaas ähm da darf ich nämlich diese Woche noch äh Trecker fahren also wenn der Podcast jetzt draußen ist am Donnerstag sitze ich vielleicht auf dem Klaas Xerion irgendwo bei Hase Winkel und äh freue mich wie ein kleines Kind bis nächste Woche tschüss 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 tschüss